Ich begrüße Sie ganz herzlich zum dritten Teil dieser Vortragsreihe mit dem Titel Die 70 Jahrwochen Daniels. Die Prophetie der 70 Jahrwochen Daniels ist eine der faszinierendsten Vorhersagen in der ganzen Bibel. Sie ist zum einen die einzige Stelle im Alten Testament, an der das erste Kommen des Messias als König auf den Tag genau angekündigt wird und zum anderen ist die Erfüllung der 70. Jahrwoche noch zukünftig. Die Erfüllung der 70. Jahrwoche wird besonders ausführlich in der Offenbarung beschrieben, die jetzt schon ihre Schatten vorauswirft. Man denke dabei nur an das Mahlzeichen des Tieres, ohne dass die Menschen bald nicht mehr kaufen und verkaufen können. All das macht das Buch Daniel für uns hochrelevant und zu einem Schlüssel der biblischen Prophetie. Diese Vortragsreihe ist aufgeteilt in drei Teile und enthält vier Abschnitte. Im ersten Vortrag hatten wir begonnen mit der Motivation und wir hatten gesehen, dass das Buch Daniel ein Buch ist, welches für die meiste Zeit versiegelt war. Das heißt, für die meiste Zeit konnten die Menschen die Bedeutung des Buches Daniel nicht wirklich verstehen. Bis zur Zeit des Endes. Dann würde das Buch wieder geöffnet werden und die Menschen würden die Bedeutung des Buches Daniel verstehen und die Erkenntnis würde zunehmen. Und die Zeit des Endes, das ist genau die Zeit, in der wir jetzt leben. Die Zeit kurz vor der Wiederkunft von Jesus Christus. Das heißt, wenn wir jetzt in unserer Zeit das Buch Daniel lesen und darin forschen und all diese Dinge prüfen, dann liegt darauf eine besondere Verheißung. Und das ist natürlich eine große Motivation für uns, insbesondere in unserer heutigen Zeit, dieses Buch zu lesen. Im zweiten Punkt habe ich über die Zeitgeschichte gesprochen und dort hatten wir gesehen, dass Daniel drei große Weltreiche miterlebte. Er wurde zu der Zeit geboren, als das Assyrische Reich die vorherrschende Macht war. Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte er in der babylonischen Gefangenschaft und am Ende seines Lebens kamen dann die Meder und die Perser an die Macht. Im dritten Punkt hatten wir dann im ersten Vortrag begonnen, eine Übersicht uns anzuschauen über die biblischen Vorhersagen, die das Buch Daniel zum Schlüssel der biblischen Prophetie machen. Und an dieser Stelle haben wir dann im zweiten Vortrag fortgesetzt und uns die ersten Vorhersagen angeschaut im Zusammenhang mit den vier Weltreichen. Und heute werden wir wiederum dort fortsetzen an dieser Stelle und uns die 70 Jahrwochen anschauen. Und der Vortrag heute wird abschließend mit einer Schlussfolgerung und einer Anwendung. Auf dieser Folie sehen wir nochmal die Übersicht der entscheidenden biblischen Vorhersagen. Das sind fünf Stück. Wir sehen hier in der linken Spalte die Kapitelnummer, in der wir die Vorhersage finden. Dann in der mittleren Spalte sehen wir das Jahr, in dem Daniel diese Prophetie bekam. Und in der rechten Spalte sehen wir das Ereignis, das heißt den Inhalt der jeweiligen biblischen Vorhersage. In Kapitel 2 lesen wir von der Auslegung von Nebukadnezars Traum vom Standbild. In Kapitel 7 von der Vision von den vier Tieren aus dem Völkermeer. In Kapitel 8 von der Vision vom Widder und vom Ziegenbock. Das hat etwas mit Medo-Persien und Griechenland zu tun. Und in Kapitel 9 von der Prophetie der 70 Jahrwochen. Eine der faszinierendsten biblischen Vorhersagen, die es überhaupt gibt. In Kapitel 10 und 11 lesen wir dann Prophetien über Persien, Griechenland und die Endzeit. Wie gesagt, im zweiten Vortrag hatten wir uns die ersten drei Auslegungen angeschaut. Oder die ersten drei Prophetien angeschaut. Und wir hatten gesehen, dass Kapitel 2 und Kapitel 7 sehr eng miteinander verwandt sind. Dass sie im Wesentlichen das Gleiche beschreiben. Die vier Weltreiche, aber aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Einmal aus der Perspektive des Menschen und einmal aus der Perspektive Gottes. Und die Vision vom Widder und vom Ziegenbock, die hatte etwas zu tun mit der Eroberung der Medo-Perser durch die Griechen unter Alexander dem Großen. Heute werden wir uns die Prophetie über die 70 Jahrwochen anschauen in Daniel Kapitel 9. Daniel Kapitel 9 enthält 27 Verse. Und ich habe dieses Kapitel hier mal unterteilt in fünf Teile, durch die wir dann auch jetzt chronologisch durchgehen werden. Wir lesen am Anfang in Vers 1 bis 3 von Daniels Bibelstudium. In den Versen 4 bis 15 lesen wir den ersten Teil von Daniels Gebet, in dem er die Sünde seines Volkes Israels bekennt und auch seine eigene Sünde. Und in den Versen 16 und 19 lesen wir den zweiten Teil von Daniels Gebet, wo er dann Gott um Vergebung bittet. In den Versen 20 bis 23 taucht dann Gabriel auf und als Antwort auf Daniels Gebet und beginnt ihm die Prophetie der 70 Jahrwochen zu erklären, die wir dann lesen in den Versen 24 bis 27. Der inhaltliche Hauptteil ist dann tatsächlich der letzte Teil, die Verse 24 bis 27. Ich möchte aber trotzdem von vorne beginnen, einfach weil der Kontext hier tatsächlich entscheidend ist, um die Prophetie der 70 Jahrwochen zu verstehen. Und auch, weil wir aus den Versen oder aus dem Kapitel ganz praktische Anwendungen von Daniel auch für unser eigenes Glaubensleben ziehen können. Gut, damit beginnen wir nun in Kapitel 1, in Kapitel 9, Vers 1. Und dort steht, Das heißt, was wir hier lesen ist, dass Daniel in der Bibel las. Und zwar im ersten Jahr der Regierung von Ahazverus, das heißt im Jahr 538 vor Christus. Denn 539 wurden ja die Babylonier erobert von den Medopersern. Und hier lesen wir dann sozusagen, was geschah im ersten Jahr der Herrschaft des neuen Hauptes oder des neuen Reiches. Und wir lesen, dass Daniel dort im Propheten Jeremia las. Und das ist schon mal interessant, dass Jeremia hier als ein Prophet bezeichnet wird. Denn Jeremia war in gewisser Weise ein Zeitgenosse von Daniel. Er war etwas älter als Daniel, aber auch Jeremia erlebte die Zerstörung Jerusalems und die Zeit danach. Das heißt, die Tatsache, oder es war zu dieser Zeit hier schon sehr bekannt, dass Jeremia ein Prophet war. Das ist nicht irgendwie später festgelegt worden, hunderte Jahre später. Und es ist in dem Zusammenhang ebenfalls interessant, dass hier steht, er las in den Schriften. Das heißt, das Buch Jeremia gehörte damals schon zu den Schriften, also zum Alten Testament. Und hier sehen wir eben, dass innerhalb weniger Jahrzehnte Jeremia schon Teil der Bibel war. Das wurde also nicht irgendwie später festgelegt auf einem Kanon oder auf einem Konzil, sondern das hat Gott durch seinen Heiligen Geist den Menschen schon damals klargemacht. Und er las eine ganz bestimmte Stelle in Jeremia, nämlich, dass die Verwüstung Jerusalems nur 70 Jahre dauern würde. Und das ist natürlich ganz interessant, weil Daniel jetzt angefangen hat zu rechnen. Denn er wusste, die babylonische Gefangenschaft, die begann im Jahr 605 vor Christus, weil das auch das Jahr war, in dem er selbst in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde. Er las das jetzt im Jahr 538. Das heißt, er wusste, die 70 Jahre sind fast erfüllt. Es dauert noch drei Jahre und dann sind die 70 Jahre abgelaufen. Und das ist auch sehr interessant für uns heute, weil wir uns in einer ähnlichen Situation befinden. Und zwar wissen wir vom Gleichnis vom Feigenbaum in Matthäus 24, über das ich im allerersten Vortrag gesprochen habe. Und daraus können wir in einer ähnlichen Art und Weise ablesen, dass genau wie bei Daniel, der wusste, okay, jetzt wird bald eine Veränderung auftreten, dass bei uns genauso bald eine Veränderung auftreten wird, nämlich, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Aber darauf bin ich im ersten Vortrag ausführlich eingegangen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Daniel dann las. Er las unter anderem in Jeremia 29, Vers 10. Es gibt auch noch Stellen dazu in Jeremia Kapitel 25. Und dort steht, für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, so werde ich mich eure annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Das heißt, Daniel wusste, die babylonische Geschehnenschaft, die dauert nur 70 Jahre und danach wird die Rückkehr beginnen. Sehr interessant. Und dass Jeremia das schon angekündigt hatte. Und Daniel diese Erfüllung dieser Vorhersage in seinem eigenen Leben erlebte. Und das lesen wir auch in der zweiten Chronik in Kapitel 36, Abvers 20. Und dort steht, Den Überrest derer aber, die dem Schwert entkommen waren, führte er nach Babel hinweg. Also das ist Nebukadnezar. Und sie wurden ihm und seinen Söhnen als Knechte dienstbar, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam. Genau. Und Daniel las, wie gesagt, diese Stellen im ersten Jahr der Herrschaft der Perser, beziehungsweise der Medoperser. So wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt. Bis das Land seine Sabbate gefeiert hat, soll es ruhen, solange die Verwüstung wehrt, bis 70 Jahre vollendet sind. Und das ist auch eine ganz interessante Stelle, denn hier steht nicht nur eine Wiederholung der 70 Jahre und ein anderer Verweis auf Jeremia, sondern hier wird auch eine Begründung genannt für die 70 Jahre, warum die Gefangenschaft 70 Jahre dauert und nicht 60 oder 80. Und die Begründung ist, dass das Land seine Sabbate feiern muss. Hm. Und das ist auch sehr interessant, denn darüber lesen wir im dritten Buch Mose in Kapitel 25 ab Vers 4. Und das steht, aber im siebten Jahr, also der Kontext ist, Gott sagt, sechs Jahre sollt ihr euer Feld anbauen und normal Ackerwirtschaft betreiben, aber im siebten Jahr soll das Land seinen Sabbat der Ruhe haben. Einen Sabbat für den Herrn, an dem du dein Feld nicht besehen, noch deinen Weinberg beschneiden sollst. Auch was nach deiner Ernte von selbst wächst, sollst du nicht ernten und die Trauben deines unbeschnittenen Weinstocks sollst du nicht lesen, weil es ein Sabbatjahr für das Land ist. Also das ist eine ganz faszinierende Anweisung, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat, dass Israel ein Sabbatjahr halten soll. Das heißt, sie sollen sechs Jahre lang normal Ackerbau betreiben und im siebten Jahr sollen sie gar keinen Ackerbau betreiben. Sie sollen nicht mal hier dort etwas nachlesen, was wir hier lesen, was übrig geblieben ist in Vers 5 von Kapitel 25, sondern sie sollen ganz auf Gott vertrauen. Und es ist so, dass im Kontext dort auch noch steht, dass Gott im sechsten Jahr das Volk oder die Ernte besonders segnen würde, sodass sie dann genug für das siebte Jahr haben und nicht irgendwie hungern müssen. Aber wir lesen in dieser Anweisung schon, dass Gott sozusagen Glauben fordert von seinem Volk. Denn es ist natürlich ein Glaubenschritt, die Ernte nicht anzubauen und darauf zu vertrauen, dass Gott die Menschen versorgt. Und das Ziel war es, wie gesagt, dass das Land sein Sabbatjahr bekommt. Wir kennen das ja auch heute, nimmt man ein Sabbatjahr im Arbeitsleben. Und genau so war das hier eben auch für das Land. Und was wir hier eben auch sehen ist, dass, und das wird später noch relevant sein, dass Gott in Zyklen von sieben denkt. Das heißt, es ist ja heute noch so, dass in Israel jede Woche am Samstag ein Sabbat ist, also alle sieben Tage. Aber hier sehen wir, dass es für das Volk Israel nicht nur einen Sabbat gibt aller sieben Tage, sondern dass es für Israel auch einen Sabbat gibt aller sieben Jahre. Und das wird noch wichtig sein für das Verständnis der 70-Jahr-Wochen. Aber dazu später mehr. Nur, dass wir das jetzt schon mal im Hinterkopf behalten. Und Gott hatte auch schon angekündigt, was passieren würde, wenn das Volk Israel dieses Sabbatjahr nicht hält. Und das lesen wir dann ein Kapitel später in 3. Mose 26, Abvers 34. Und dort sagt er im Kontext, ja, wenn ihr von mir abfallt, wenn ihr anderen Göttern nachfolgt und wenn ihr das Sabbatjahr nicht haltet, dann werdet ihr vertrieben werden in das Land eurer Feinde. Und dann geht es hier los in Vers 34. Wird das Land seine Sabbate genießen, solange es verwüstet liegt und ihr im Land eurer Feinde seid. Ja, dann wird das Land ruhen und seine Sabbate genießen dürfen. Solange es verwüstet liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte an euren Sabbaten, als ihr darin wohntet. Das heißt, was Gott hier sagt, ist eine Warnung, anders an sein eigenes Volk, wenn sie das Sabbatjahr nicht halten. Und er sagt, dann werdet ihr vertrieben werden, damit das Land seine Sabbate bekommt. Das heißt, das Land wird hundertprozentig seine Sabbate bekommen. Ob das jetzt freiwillig von eurer Seite geschieht oder unfreiwillig durch die Wegführung, das Land wird seine Sabbate bekommen. Und was wir eben jetzt hier schlussfolgern können, ist, wenn hier steht, dass sozusagen das Land 70 Jahre verwüstet liegen würde, damit es seine Sabbate bekommt, dass es 70 Sabbatjahre nicht bekam. Das heißt, wenn wir jetzt multiplizieren, 70 Sabbate mal 7 Jahre pro Sabbat, dann kommen wir auf insgesamt 490 Jahre, in denen das Volk Israel dieses Sabbatjahr nicht einhält oder einhielt. Und das war eine der Gründe für die babylonische Gefangenschaft. Und diese Zahl 490, auch die wird für uns nochmal relevant sein, wenn wir über die 70 Jahrwochen sprechen. Und jetzt wissen wir also, was Daniel gelesen hat. Und jetzt lesen wir, wie er darauf reagierte. Und da heißt es, ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten, in Sacktuch und in der Asche. Und das ist auch ganz interessant. Seine Reaktion ist jetzt nicht, er lehnt sich zurück und genießt sozusagen die Show und greift hier gar nicht weiter irgendwie ein und sagt ja, das hat ja Gott alles schon vorherbestimmt, ja, dann muss ich gar nichts machen. Nein, ganz im Gegenteil, er ist jetzt motiviert, sich an Gott zu wenden und zu beten. Und er sagt, ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn. Und diesem Ausdruck Gott, dem Herrn, wird deutlich, dass Daniel anerkennt, dass Gott die höchste Autorität ist, dass er die Autorität hat, das Schicksal Israels zu bestimmen und sie sogar in die babylonische Gefangenschaft zu führen, die für Israel ganz schlimm war. Und er tritt in den Riss. Das heißt, er legt Fürbitte ein für sein Volk mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Und diesen Ausdruck, ja, Buße tun in Sacktuch und Asche, den haben wir ja auch im Deutschen. Das heißt, hier geht es darum, dass Daniel Buße tut. Und das ist auch eine interessante oder eine wichtige Anwendung für uns in unserer heutigen Zeit, wenn wir diese Dinge, die in der Offenbarung geschrieben sind, kommen sehen, die große Trübsalzzeit, dass wir dann ebenfalls in den Riss treten, genau wie Daniel das hier tat und Buße tun, nicht nur für unsere Sünden, sondern auch Gottes Barmherzigkeit erbitten für unser Volk, in dem wir leben oder für die Menschen weltweit. Ja, das ist also die Einleitung. Hier sehen wir, wie das alles ins Rollen kam, indem Daniel die Bibel las. Und das ist natürlich auch für uns eine große Motivation, es Daniel gleich zu tun und ebenfalls viel in der Bibel zu lesen. Und jetzt lesen wir die Reaktion darauf. Jetzt fängt nämlich Daniel an zu beten. Und er sagt, ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott. Und hier wird schon interessant, jetzt sagt er mein Gott. Also hier wird ganz deutlich die enge und die persönliche Beziehung, die Daniel zu Gott hatte. Und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Also hier verherrlicht Daniel Gott. Und er macht deutlich, dass Gott treu ist und dass er seinen Bund mit seinem Volk Israel bewahrt und sie nicht irgendwie verwirft. Und dass es für Israel immer Hoffnung gibt, wenn sie zu ihm umkehren. Und jetzt beginnt er, die Sünden seines Volkes zu bekennen, für die sie in die babylonische Gefangenschaft geführt worden sind. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht. Also mit anderen Worten, das war total peinlich. Eine riesige Demütigung für das Volk Israel, wie es jetzt zutage liegt, den Männern von Judah und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel. Seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, dass er uns durch seine Knechte die Propheten vorgelegt hat. Also hier nennt Daniel, wie gesagt, die ganzen Sünden seines Volkes. Und das war ja wirklich sehr schlimm, dass sie fremden Göttern nachgelaufen sind. Das lässt sich viel im Alten Testament lesen, insbesondere im Buch Jeremia. Das Buch Jeremia ist praktisch eine einzige Kasteiung des Volkes Israels. Zum großen Teil Jeremia ist dort sehr deutlich und entlarvt die Sünde des Volkes Israels sehr deutlich. Und Gott hatte immer wieder über mehrere Generationen Propheten geschickt, aber das Volk hat die Propheten verworfen. Er wollte nicht auf Gott hören. Sie haben sich gar nichts sagen lassen, sind stur ihren Weg weitergegangen und das hat letztendlich in das Verderben geführt. Aber hier übernimmt Daniel sozusagen die Verantwortung dafür und sagt, ja, das ist nicht irgendwie Gottes Schuld, sondern wir haben gesündigt. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, weil es als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und das ist ja genau das, was wir gerade gelesen hatten, in 3. Mose Kapitel 25 und in Kapitel 26, wo geschrieben steht von den Sabbatjahren und eben davon, was passiert, wenn das Volk Israel die Sabbatjahre nicht hält. Und das nennt Daniel hier auch. Das heißt, wir können uns hundertprozentig sicher sein, dass Daniel auch im Buch Mose gelesen hat und nicht im Buch Jeremia, weil er sich an dieser Stelle darauf bezieht. So hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, aussprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Also das war ganz dramatisch. Genauso wie es im Gesetz Moses, hier lesen wir das wieder, Kapitel 26, 3. Mose Kapitel 26, geschrieben steht, ist all dies Unheil über uns gekommen. Und das zeigt uns auch, dass wir die Warnungen Gottes durchaus ernst nehmen sollten. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Und hier sehen wir das wieder, dass wir Menschen einen freien Willen haben und wir haben die Möglichkeit, den Willen Gottes zu tun, aber er gibt uns auch die Möglichkeit, etwas anderes zu tun. Und das eine hat Segen zur Folge und das andere hat Fluch zur Folge. Und Israel wählte leider den Fluch. Und deswegen kam das Unheil über sie. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag. Wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. Und hier erinnert Daniel Gott an den Auszug bzw. die Rettung des Volkes Israels aus Ägypten und sagt, genauso wie du damals dein Volk Israel errettet hast aus der Knechtschaft des Pharaos und dir einen großen Namen gemacht hast damit in der Welt, weil die umliegenden Völker das alle gehört hatten und dann große Angst hatten oder große Furcht hatten vor dem Volk Israel und seinem Gott. Genau so bitte führe uns doch jetzt aus Babylon wieder zurück und mache dir wieder einen großen Namen. Ja, das ist der erste Teil von Daniels Gebet und hier haben wir gerade gesehen, bekennt er die Sünden seines Volkes Israel. Und im weiteren, im zweiten Teil, ab Vers 16, bittet er nun Gott um Vergebung. Und da heißt es, ab Vers 16, O Herr, lass doch um deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Und hier macht Daniel deutlich, ja, wir haben das nicht verdient, dass du uns jetzt zurückführst, sondern bitte tue es um deiner Gerechtigkeit willen und er sagt auch, oder um deiner Barmherzigkeit willen, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit willen, und er sagt auch, wegen deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Also er sagt, Jerusalem und der Tempelberg, die jetzt verwüstet liegen, die sind ja mit dir verbunden. Und wenn die kaputt sind oder zerstört sind, ja, dann wirft das ja auch ein schlechtes Licht. Also es ist sozusagen auch ein Gottesinteresse, um sich einen großen Namen zu machen, das Volk Israel aus Barmherzigkeit wieder zurückzuführen. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. Also hier sehen wir das wieder. Daniel macht ganz deutlich, das ist überhaupt nicht Gottes Schuld, sondern es sind unsere Sünden und die Missetaten unserer Väter, die letztendlich dazu geführt haben, dass der Name Gottes in den Dreck gezogen wird. Und sozusagen die Völker ringsum den Gott Israels dann ebenfalls zum Gespött machen, weil sie sagen, ja, wenn das Volk so schlecht ist, ja, dann muss ihr Gott ja genauso schlecht sein, denn der Fisch stinkt ja vom Kopf her. Den Spruch kennen wir ja. Und hier sehen wir eben auch wie schlecht das ist, wenn wir als Kinder Gottes, als Christen den Namen Jesu Christi tragen, als Christen. Und wenn wir dann uns versündigen an anderen Menschen oder in welcher Form auch immer, dann bringen wir ebenfalls den Namen Gottes in Verruf. Genauso wie das Volk Israel durch sein Handeln den Namen Gottes in Verruf brachte. Genau, und es gibt, glaube ich, im Französischen ein Sprichwort, das heißt Noblesse Oblige, also Würde verpflichtet. Das heißt, wenn wir ja einen würdevollen Namen tragen beziehungsweise mit einer hohen Autorität verbunden sind als Botschafter sozusagen, dann haben wir auch eine Verantwortung dieser Person, die wir repräsentieren, also Gott in dem Fall höchstpersönlich, auch würdig zu vertreten. Und wenn wir uns falsch verhalten, dann wirft das ein schlechtes Licht auch auf Gott. Also hier sehen wir auch eine Anwendung für uns. Und jetzt beginnt Daniel aufzufordern, so höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen benannt ist. Also hier sagt Daniel das wieder, er verbindet Jerusalem sozusagen direkt mit Gott und sagt deswegen, tu das um deiner Selbstwillen. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit bringen wir unser Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Und hier sehen wir das wieder und das ist auch ein schönes Bild für das Evangelium, für die Errettung. Das funktioniert nämlich genauso, denn es ist die Barmherzigkeit Gottes, die Grundlage ist unsere Errettung. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit, weil wir sind nicht gut genug, um in den Himmel zu kommen, aber es ist Gottes Barmherzigkeit, durch die er die Errettung möglich macht, indem er selbst die Strafe für unsere Sünden auf sich genommen hat. Und in einer ähnlichen Weise bittet hier auch Daniel und verlässt sich vollkommen auf die Barmherzigkeit Gottes oder beruft sich vollkommen auf die Barmherzigkeit Gottes. Und hier, jetzt gehen die Imperative, also die Ausdrucksformen weiter. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner Selbstwillen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk benannt. Ja, und das ist also auch etwas, was wir sehen können, eine gute Reihenfolge für das Gebet, wenn wir vor Gott kommen. Wir können flehen und zu ihm schreien, auch innerlich und ihn anrufen um Erbarmung und Hilfe, aber es ist wichtig, dass wir vorher auch unsere Sünden bekennen. Genauso wie Daniel das hier tat und erst danach sollten wir ihn bitten. Es ist also wichtig, erst mal die Dinge, die nicht richtig sind, zu bereinigen und danach können wir sozusagen zu ihm kommen. Und es gibt auch im ersten Petrusbrief eine Stelle, wo steht, dass unser Gebet verhindert werden kann, wenn es zum Beispiel Probleme gibt in der Ehe und genauso ist das eben auch hier dieses Prinzip, dass die Verbindung nach oben, sage ich mal, durch unbereinigte Sünde in unserem Leben verhindert werden kann oder die Erhörung des Gebets verhindert werden kann. Gut, damit haben wir den dritten Teil abgeschlossen und jetzt, das ist ganz interessant, tritt nämlich der Erzengel Gabriel auf den Plan ab. Vers 20 von Daniel Kapitel 9 Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israels Bekannte und auch interessant ist, dass die Sünde Daniels gar nicht erwähnt wird. Er sagt zwar, er bekennt seine Sünde, aber das ist hier nicht aufgezeichnet, welche Sünde das ist. Und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn meinen Gott brachte, ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an. Auch interessant, hier wird also der Erzengel Gabriel, den wir ja auch schon kennen aus Lukas Kapitel 1, als er Maria sagt, dass sie ein Kind vom Heiligen Geist bekommen würde, als Jungfrau, der wird hier als Mann dargestellt, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Das ist nachzulesen in Daniel Kapitel 8, in den Versen 15 und 16. Also hier sehen wir die Macht des Gebetes. Er sagt, als du anfingst zu beten, da erging ein Wort. Das heißt schon ganz am Anfang, sobald Daniel sich an Gott wendete, hat Gott reagiert. Und das zeigt uns auch die Verheißung. Wenn wir beten, das lässt Gott nicht kalt, auch wenn wir nicht immer sofort merken, dass er unser Gebet erhört. Aber Gott hört auf jeden Fall und er reagiert. Auch wenn wir das, wie gesagt, nicht sofort mitbekommen. Und er kommt und er ist gekommen, um dir zu verkünden, denn du bist ein viel geliebter Mann. Und das ist so schön zu lesen, dass Daniel in Gottes Augen ein viel geliebter Mann war oder ist. Und das ist natürlich für Daniel besonders ermutigend. In der babylonischen Geschenkenschaft inzwischen unter der Herrschaft der Meder und der Perser, dass er so weit weg von seiner Heimat weiß, Gott hat ihn nicht vergessen. Ganz im Gegenteil, er achtet sehr auf ihn und er liebt ihn sehr. Und Daniel ist ein viel geliebter Mann. Und es ist auch interessant, den Kontext zu sehen, denn Daniel hat, wie wir ja gesehen hatten, erst seine Sünde auch bekannt und die Sünde des Volkes Israel. Und das ist ja jetzt alles nicht so positiv, über diese negativen Dinge zu sprechen. Aber in diesem Zusammenhang sagt Gott, dass er Daniel sehr liebt. Und das zeigt uns, dass Gott sich freut, wenn wir zu ihm umkehren und dass er uns gern vergibt. Und dann geht es weiter. Achte auf das Wort und verstehe das Gesicht. Das heißt, jetzt wird ihm Daniel, Gabriel, der Erzengel Gabriel etwas sagen, etwas erklären und er möchte, dass Daniel die Erklärung versteht. Es ist also, wenn Gott uns etwas erklärt, dann setzt das voraus, dass wir das auch verstehen können. Weil viele, höre ich immer wieder, viele Menschen, auch Christen, sagen, ja, das ist alles so schwer zu verstehen und so weiter, symbolisch und so. Aber nur weil es symbolisch ist, heißt es nicht, dass es nicht möglich ist, das zu verstehen. Weil jedes Symbol auch immer eine konkrete Bedeutung hat. Und ja, so ist das eben auch hier. Und jetzt beginnt das, der Inhalt der 70-Jahr-Wochen. Und jetzt kommen wir sozusagen zum Hauptteil für diesen Vortrag. Und da geht es los. Daniel 9, Vers 24. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Und hier sehen wir schon einmal drei Dinge. Erstens, Israel ist im Blickpunkt, denn Israel ist dein Volk, ist das Volk Daniels und der, die Stadt Jerusalem, die heilige Stadt. Und hier sehen wir also diese Prophetie der 70-Jahr-Wochen hat nicht etwas zu tun mit den Nationen, also mit den nicht-jüdischen Nationen, sondern es hat etwas zu tun mit dem Volk Israel und mit Jerusalem. Und dann wird hier auch noch genannt, ja, 70 Wochen sind darüber bestimmt. Und das ist ja ganz interessant, denn von den 70 Wochen hatten wir ja schon ganz am Anfang gelesen, beziehungsweise von 70 Jahren und da sehen wir schon, die Zahl 70, die taucht hier wieder auf. Und jetzt ist, bevor wir überhaupt in den Inhalt gehen, erstmal ganz wichtig zu klären, was es denn mit diesen 70 Wochen auf sich hat. Und deswegen möchte ich hier an dieser Stelle vier Punkte nennen, um sozusagen die Frage zu stellen, ja, was bedeuten die 70 Wochen? Sind das jetzt 70 Wochen, wie wir die kennen, oder sind das möglicherweise 70 Jahr-Wochen, wie wir das gesehen hatten in Daniel Kapitel 3 Vers 25, ja, dass sozusagen es Sabbat-Jahre gibt, aller sieben Jahre und nicht sozusagen nur Sabbate aller sieben Tage. Und der erste Punkt, den ich nennen möchte, ist die letzte Jahrwoche und die Verbindung dazu in der Offenbarung. Und den Vers für die letzte Jahrwoche, auf den werden wir auch gleich noch näher eingehen, ich lese den jetzt nur schon mal vor. Er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und das ist die 70. Also die letzte Jahrwoche. In der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Das heißt, hier sehen wir diese letzte Jahrwoche und wir sehen, dass diese Jahrwoche aufgeteilt ist in zwei Teile. Und es gibt eine erste Hälfte und eine zweite. Und wenn wir jetzt in der Offenbarung lesen, da wird diese 70. Jahrwoche ja ganz ausführlich beschrieben und dort bekommen wir einen Hinweis darauf, um was für einen Zeitraum es sich handelt. Zum Beispiel lesen wir das in Offenbarung 13 Vers 5 und dort steht Und es wurde ihm ein Maul gegeben, hier geht es um das Tier aus dem Meer, also der kommende europäische Diktator, das große Worte und Lästerungen redete und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und das ist ja interessant, denn hier sehen wir schon, dass es sich nicht um Wochen handeln kann mit sieben Tagen, sondern dass es hier um Jahrwochen geht, also Wochen, die aus sieben Jahren bestehen. Denn hier lesen wir 42 Monate und 42 Monate, das sind genau dreieinhalb Jahre, denn zwölf Monate mal dreieinhalb sind genau 42 Monate und das ist die zweite Hälfte der siebenjährigen Prübsalzzeit. Und ja, hier sehen wir also schon, dass es sich um Jahrwochen handelt und dann gibt es aber noch weitere Hinweise, zum Beispiel in Offenbarung 11 Vers 3 steht Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weiß sagen werden, 1260 Tage lang bekleidet mit Sacktuch. Und hier bekommen wir einen Hinweis wiederum auf in dem Fall die erste Hälfte, denn in einer Jahrwoche hat ein Jahr, darauf gehen wir auch später noch drauf ein, genau, 360 Tage. Und wenn wir das multiplizieren mit 3,5, dann kommen wir auf genau 1260 Tage. Und hier sehen wir also, dass die, eine andere Hälfte, in dem Fall ist es die erste Hälfte dieser siebenjährigen Trübsalzzeit, beziehungsweise der letzten Jahrwoche gemeint ist. Und hier können wir sozusagen sehen, wenn wir das Buch Daniel und die Offenbarung parallel lesen, dass es sich hier um Jahrwochen handeln muss. Aber es gibt noch weitere Gründe. Und zwar, ganz historisch gesehen, wurde Jerusalem wieder aufgebaut und wir wissen aus der Geschichtsschreibung, dass das etwa 50 Jahre dauerte. Und hier lesen wir Vers 25 und wir gehen gleich auf diesen Vers auch näher ein. Und dort heißt es, so wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen. Und dann heißt es weiter, Straßen und Gräben werden wieder gebaut und zwar in bedrängter Zeit. Und wir wissen ja, dass hier also steht, dass der Wiederaufbau würde also sieben Wochen dauern. Und Jerusalem, das wissen wir, wurde nicht in sieben Wochen aufgebaut mit sieben Tagen, also in 49 Tagen, das wäre sehr schnell gewesen, sondern wir wissen, dass Jerusalem aufgebaut wurde in etwa 50 Jahren und in dem Fall entsprechen sieben Wochen dann nicht 49 Tagen, sondern 49 Jahren, wenn wir von sieben Jahrwochen ausgehen und das passt sehr, sehr gut in das historische Bild. Also hier können wir auch sozusagen ableiten aus Daniel 9, Vers 25, dass es sich hier um Jahrwochen handeln muss. Ein weiterer, ein weiteres Auftreten oder ein weiteres Argument ist die, ist das Auftreten des Messias. Dort stand ja dann noch und 62 Wochen dann wird der Gesalbte kommen und jetzt müssen wir einfach mal schauen, per Ausschlussprinzip, ja kann denn das etwas anderes bedeuten als Jahrwochen? Wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass es sich tatsächlich um Tagwochen handelt, dann würde das bedeuten, dass der Messias innerhalb von 490 Tagen, also etwa einem Jahr und einem Drittel Jahr, hätte auftreten müssen. Und das ist historisch nicht passiert. Wenn wir davon ausgehen, ja, dass mit den 70 Wochen vielleicht insgesamt 490 Wochen gemeint sind, sind, dann hätte das bedeutet, dass neuneinhalb Jahre hätten vergehen müssen, bis der Messias kommt. Aber auch das ist nicht geschehen. Und selbst wenn wir sagen, dass es sich hier vielleicht um 490 Monate handelt, dann hätte das circa 41 Jahre entsprochen, aber auch in dieser Zeit trat der Messias nicht auf. Und das ist das, was wir lesen, ja, der Messias trat nicht innerhalb von 490 Tagen, Wochen oder Monaten nach dem Erlass auf. Und daraus können wir auch schon schlussfolgern, dass es sich nicht hier um Tage, Wochen oder Monate handeln kann, sondern eben, dass es hier tatsächlich um Jahrwochen geht. Und das hatten wir ja am Anfang schon gesehen. In 3. Mose 25, da gibt es einen Hinweis darauf, dass eben Gott in diesen Zyklen denkt von sieben Jahren. Dass sozusagen es auch Wochen gibt, die aus Jahren bestehen, wie hier gesehen an dem Sabbatjahr. Dass sozusagen immer im siebten Jahr eine Woche, beziehungsweise ein Zyklus, einer der Zyklus einer Woche abgelaufen ist. Und ja, und das ist eben ein weiterer Hinweis darauf, dass diese 70 Jahrwochen, wie ich die mal nenne, in der Bibel vorkommen. Gut, nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass 70 Wochen nicht 70 wirkliche Wochen sind, mit sieben Tagen pro Woche, sondern 70 Jahrwochen, also mit sieben Jahren pro Woche, möchte ich nun auf den Inhalt dessen eingehen, was am Ende der 70 Jahrwochen geschehen wird, beziehungsweise was dann der Fall sein wird. Und da steht, es sind 70 Wochen bestimmt, um erstens der Übertretung ein Ende zu machen und um zweitens die Sünden abzutun, um drittens die Missetat zu sühnen, um viertens eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um fünftens Gesicht und Weissagung zu versiegeln und um sechstens ein Allerheiligstes zu salben. D.h. diese sechs Dinge, die werden geschehen, wenn die 70 Jahrwochen oder die 70 Wochen rum sind. Und nun möchte ich ganz kurz eingehen auf die Bedeutung dieser sechs Dinge, die hier genannt werden. Als erstes steht da, es wird der Übertretung ein Ende gemacht werden. Und das Interessante ist hier, dass im Hebräischen tatsächlich ein bestimmter Artikel verwendet wird, also der Übertretung. Es geht also hier um die Übertretung, die die Wurzel der Sünde ist und von der alle anderen Alltagssünden abstammen. D.h. Gabriel sagt hier, dass das Volk Israel sich noch 490 weitere Jahre gegen Gott auflehnen wird und dass am Ende der Messias kommt, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird diese große Übertretung ein Ende nehmen. Wir sehen hier schon, die 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft, die waren ja die Folge davon, dass das Volk Israel 490 Jahre die Sabbate, die Sabbatjahre nicht gehalten hat. Und Daniel dachte jetzt, ja, wenn wir jetzt zurückkehren, dann wird alles wieder gut. Dann hat das Volk Israel seine Lektion gelernt, aber Gabriel sagt hier an dieser Stelle nein. Damit ist es noch nicht gut, das Volk Israel wird sich noch 490 weitere Jahre gegen Gott auflehnen. Dann zu Punkt Nummer 2, die Sünden abzutun. Hier, die Sünden abzutun, das ist recht inhaltlich verwandt mit dem ersten Punkt, aber der Unterschied ist hier, dass Sünden im Plural genannt wird. Also hier geht es um die Alltagssünden, die, wie gesagt, die Folge der allgemeinen Auflehnung gegen Gott ist und die wird bei der Wiederkunft des Messias enden. Dann wird das Volk Israel nicht mehr sündigen. Um drittens steht hier, die Missetat zu sühnen. Und das ist ganz interessant, denn Jesus Christus erwirkte die Sühnung für unsere Sünden am Kreuz. Das hat sich also bereits erfüllt. Und das lesen wir in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 2. Und dort steht, Jesus Christus ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also Jesus Christus starb für das Volk Israel, wie wir gelesen hatten, die 70-Jahr-Wochen. Sie sind über dein Volk und deine heilige Stadt gesetzt, sondern er starb auch für alle Menschen, also auch für uns, die wir keine Juden sind. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird von Gott gerecht gesprochen. Und das lesen wir in Römer 3, Vers 25. Und dort steht, ihn, also Jesus Christus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Also nicht durch unsere eigene Gerechtigkeit, sondern darauf, dass wir ihm unsere Sünden bekennen und dass wir vertrauen auf das stellvertretende Opfer von Jesus Christus am Kreuz und das Blut, das er für uns vergossen hat. Und Israel wird sich noch 490 Jahre weiter auflehnen und danach werden sie auch dieses Sühnopfer annehmen. Mit Israel meine ich hier das nationale Israel. Es gibt natürlich immer Juden, auch schon jetzt, die an Jesus Christus glauben, sogenannte messianische Juden. Und die hat es auch immer gegeben. Aber hier wird sozusagen von der Mehrheit des Volkes gesprochen. Und das lesen wir schon in Römer Kapitel 11, Vers 25 und 26. Und dort steht, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Dann wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und hier lesen wir eben genau das, dass dann am Ende Gott die Sünden des Volkes Israel wegnehmen wird, weil sie zu ihm umkehren. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Und das lesen wir auch in Jesaja Kapitel 45, Vers 25. Und es steht, in dem Herrn wird gerechtfertigt werden und sich rühmen der ganze Same Israels. Und dann wird Israel in den ganzen, in den Bund eintreten. Und das wird, wie gesagt, geschehen am Ende dieser 70 Wochen, beziehungsweise Jahrwochen. Der vierte Punkt, der hier genannt wird, ist, dass eine ewige Gerechtigkeit herbeigeführt wird. Und das kann jetzt zwei verschiedene Dinge bedeuten. Das kann zum einen bedeuten, die Gerechtigkeit Israels durch den Glauben an Jesus Christus. Das lesen wir nämlich im Buch Jeremia, in Kapitel 31, wo der neue Bund beschrieben wird. Und dort steht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen werde. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und das auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Das ist also genau das, dass Gott die Sünden vergibt und das Volk Israel durch den Glauben an Jesus Christus gerecht wird, wie wir das gerade auch schon gelesen hatten in Römer, Kapitel 3, Vers 25. Es kann aber auch bedeuten, die ewige gerechte Herrschaft des Messias. Und das lesen wir in Jeremia, Kapitel 23, Abvers 5. Und dort steht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Was das mit dem gerechten Spross auf sich hat, das werden wir gleich sehen. Er wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Das ist dann das messianische Friedensreich. In seinen Tagen wird Judah gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und diese beiden Dinge kann das jetzt bedeuten, wenn es heißt, er wird eine ewige Gerechtigkeit herbeiführen. Ich gehe davon aus, dass sogar beides tatsächlich hier gemeint ist. Der fünfte Punkt, der genannt wird, ist, dass Gesicht und Weissagung versiegelt wird. Und die Prophetien in der Bibel sind ein Beweis dafür, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist. Und alle diese Vorhersagen werden sich dann erfüllen, oder die meisten der Vorhersagen werden sich erfüllen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das heißt, man wird das also versiegelt beziehungsweise bestätigt. Ein weiterer Punkt ist, dass bei der Wiederkunft dann die Sünde Israels weggenommen wird. Und die Vision und die Weissagung hatten wir schon im ersten Vortrag gesehen. Bei der Motivation hatten zum einen die Funktion, Israel zur Umkehr zu rufen und sie zu warnen vor dem kommenden Gericht. Und nach der Umkehr und Gerechtsprechung Israels am Ende der 70 Jahrwochen wird das aber gar nicht mehr notwendig sein, weil sie dann nicht mehr von ihm abfallen. Und das kann auch der Grund sein, warum hier steht, dass Gesicht und Weissagung versiegelt wird. Ein weiterer Punkt ist, dass der Prophet, also der Messias, gegenwärtig sein wird leibhaftig. Also der Prophet, das ist hier ein messianischer Titel für den Messias. Und das lesen wir in 5. Mose, Kapitel 18, Vers 15. Und dort steht, Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Und dann wird also Jesus Christus höchstpersönlich gegenwärtig sein und wird sein Volk Israel leiten und da braucht man dann auch keine Prophetien mehr. Und das weitere Interessante ist, dass im tausendjährigen Reich, also wenn Jesus Christus von Jerusalem aus über die ganze Welt regieren wird, das Wort Gottes von Jerusalem ausgehen wird. Und das lesen wir in Jesaja, Kapitel 2, Vers 3. Und dort steht, viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Das heißt, dann wird Gott höchstpersönlich das Wort des Herrn sprechen und wird den Menschen sagen, was sie zu tun haben. Heute lesen wir in der Bibel den Wort Gottes und das werden die Menschen dann sicherlich auch noch tun, aber dann wird eben das Mensch gewordene Wort Gottes, nicht nur das schriftliche Wort Gottes, was wir heute haben, und das Mensch gewordene Wort Gottes wird dann höchstpersönlich dann den Menschen sagen, was sie tun sollen und wie sie, wird ihnen geistliche Anweisungen geben und auch geistliche Führung und Unterstützung und Trost und Erbarmung. Und das zeigt eben, wie viel intensiver beziehungsweise näher das Wort Gottes dann bei den Menschen sein wird, als das selbst heute ist, wo wir noch mehr im Glauben leben und nicht im Schauen. Die Menschen werden dann also viel mehr im Schauen leben als wir heute. Das ist Punkt Nummer 5 und Punkt Nummer 6 ist ein Allerheiligstes zu salben. Und das kann nun auch wieder verschiedenste Dinge bedeuten, denn in dem Volk Israel, da wurden mehrere Dinge gesalbt. Es wurden einmal die Menschen für Gott gesalbt, nämlich Priester und Propheten und Könige. Also eine Salbung war somit eine Art Amtseinführung. Des Weiteren wurden Gegenstände in der Stiftshütte beziehungsweise im Tempel gesalbt. Das können wir alles nachlesen hier in 2. Mose 29, Vers 37. Dann lesen wir in Hesekiel 43, dass der Tempelbezirk gesalbt wird, beziehungsweise ein Allerheiligstes ist. Und dann lesen wir eine ganz interessante Stelle, nämlich vom Tempel im messianischen Friedensreich. Und das lesen wir in Zachariah 6, Vers 14. Und es steht, So spricht der Herr der Heerscharen, siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, und von dem Spross hatten wir gerade schon gelesen in Jeremia 23, Vers 5, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Und hier ist es die Frage, ja, was hat denn das mit diesem Spross auf sich und der hervorsprossen wird und dann den Tempel bauen wird. Und in diesem Zusammenhang möchte ich verweisen auf Jesaja Kapitel 11, Vers 1. Dort wird uns das nämlich erklärt. Dort steht, Es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und das ist ein Vers, den wir alle kennen. Und sei es auch nur indirekt durch das Weihnachtslied, Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die alten Sungen von Jesse kam die Art. Dieser Vers ist direkt hier von Jesaja 11, Vers 1 abgeleitet, denn Jesse, das ist Isai, das ist der Vater von David. Und was es heißt hier aus dem Stumpf Isais, der Stumpf Isais, das ist das abgebrochene bzw. das unterbrochene Königtum Israels. Israel hat ja seit inzwischen 2500 Jahren keinen König mehr. Der letzte König Israels war Zedekia, der dann in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde. Und selbst nachdem Israel wieder zurückkam, hatte Israel nie wieder einen König. Und das wird eben hier dargestellt. Ein Stumpf, das ist ja wie wenn wir in einen Wald gehen und einen Baum mit einer Axt umhauen, dann fällt der Baum um und übrig bleibt ein Stumpf. Und das ist eben genau das, was gemeint ist. Das Königtum Israel ist umgehauen und jetzt ist das sozusagen abgeschnitten. Und der Stumpf, wenn wir da drauf gucken, das ist eben Zedekia. Und was hier in Jesaja 11, Vers 1 angekündigt wird, ist, dass der Stumpf nicht ewig ein Stumpf bleiben wird, sondern, dass das Königtum Israels fortgesetzt wird. Und dass nach einer langen Zeit dann ein Zweig bzw. ein Schössling hervorbrechen wird aus seinen Wurzeln und der wird dann dieses Königtum fortsetzen. Und das interessante ist hier auch, dass das Wort Schössling auf Hebräisch heißt Nezer. Und es heißt ja in Matthäus Kapitel 2, ich glaube Vers 23, dass Jesus Christus ein Nazarener genannt werden würde. Und dass das schon im Alten Testament steht und da fragt man sich ja, wo steht denn das? Das steht ja nirgendwo. Und das steht eben sozusagen indirekt etwas versteckt hier in dieser Stelle mit dem Schössling. Dass er sozusagen ein Nezer, ein Zweig ist oder ein Spross, der dann hervorsprost. Genau. Und auch der Ort Nazareth, wo Jesus Christus ja aufwuchs, heißt verdeutscht Sprosslingen. Das heißt, dieser Spross, das ist ein messianischer Titel für den Messias. Und der wird dann, wie gesagt, hervorsprossen. Der wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und der wird den Tempel des Herrn bauen. Das heißt, der wird den Tempel im tausendjährigen Reich dann bauen, von dem wir in Hesekiel Kapitel 40 bis 48 lesen. Gut, ja, also jetzt wissen wir erst mal, was der Inhalt der 70 Jahrwochen ist. Der Übertretung wird ein Ende gemacht, die Sünden werden abgetan, die Missetat wird gesühnt, eine ewige Gerechtigkeit wird herbeigeführt, Gesicht und Weissagung wird versiegelt und ein Allerheiligstes wird gesalbt. Damit kommen wir nun zu Vers 25 und dort steht, so wisse und verstehe. Also hier sehen wir das wieder. Gabriel will, dass er das weiß und es versteht. Das ist nicht irgendwie diffus, dass man gar nicht richtig weiß, was los ist, sondern Gott möchte, dass wir zu 100% verstehen, was hiermit gemeint ist. Und in dem Moment, wo er uns dazu auffordert, setzt das natürlich auch voraus, dass wir das verstehen können. Und, wie gesagt, jetzt geht es los. Vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräber werden wieder gebaut und zwar in bedrängter Zeit. Also hier lesen wir, wie die 70 Jahrwochen beginnen. Die beginnen nämlich damit, dass ein Erlass zum Befehl, zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems ergeht. Und das stellt uns jetzt schon erstmal vor eine ganz kleine Herausforderung, denn diese Aussage ist nicht ganz eindeutig, denn es gab nämlich vier verschiedene Erlässe zum Aufbau Jerusalems. Und wir sehen hier den ersten Erlass von Kyros im Jahr 538. Dieser Erlass übrigens ist selber schon angekündigt worden in Jesaja Kapitel 44, Vers 28. Und dort ist Kyros namentlich erwähnt worden, 220 Jahre bevor sich diese Vorhersage erfüllte. Und dort spricht Gott namentlich von Kyros und spricht zu ihm und sagt über ihn, er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. Und es gibt eine Überlieferung von Josephus, dem jüdischen Geschichtsschreiber, der berichtet, dass die Juden damals Kyros diese Textstelle aus dem Buch Jesaja zeigten und dass das Kyros tief bewegt hat und natürlich auch dann dazu motiviert hat, diesen Willen hier Gottes auszuführen. Genau wie es in Jesaja 44, Vers 28 angekündigt ist. Das war also der erste Erlass. Dann gab es einen weiteren im Jahr 519 unter Darius. Dann gab es noch einen im Jahr 458 vor Christus unter Adrexerxes und einen vierten nochmals unter Adrexerxes im Jahr 445 vor Christus. Und die große Frage ist, ja, welcher dieser vier Erlässe ist jetzt der Erlass, der in Daniel Kapitel 9 Vers 25 gemeint ist? Und die Antwort lautet, es ist der vierte. Es ist der vierte Erlass im Jahr 445 vor Christus und der Grund dafür ist, dass dieser Erlass der einzige Erlass ist, der den Straßen- und Mauern-Test erfüllt. Wir hatten ja am Ende gelesen, Straßen und Mauern werden gebaut und zwar in bedrängter Zeit. Und diese, gerade die Mauern, das bezieht sich im Hebräischen auf die Verteidigungsanlagen, auf die Stadtmauern. Und diese Stadtmauern, die wurden tatsächlich erst gebaut, nachdem der vierte Erlass von Adrexerxes im Jahr 445 vor Christus ausging. Und das lesen wir auch in Nehemiah Kapitel 1 und 2. Ich möchte hier mal hinweisen auf Nehemiah Kapitel 2 Abvers 1 und dort steht, es geschah aber im Monat Nisan, im zwanzigsten Jahr des Königs Adersaster, als Wein vor ihm stand. Dann nahm ich den Wein und gab ihn den König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr und ich sprach zu dem König, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig sein, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Das ist also genau das. In dem Moment im Jahr 445, wo das geschah, lag die Stadt immer noch in Trümmern und die Verteidigungsanlagen, hier auch die Tore, die sind vom Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels und sagte dann zum König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig ist vor dir, so sende mich nach Judah, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und dann an dieser Stelle höre ich jetzt mal auf und hier sehen wir eben, dass im Jahr 445 die Stadt bzw. die Verteidigungsanlagen immer noch zerstört waren und dass dann eben dieser Erlass erging. Und einen weiteren, einen zweiten Hinweis bekommen wir in Esra Kapitel 4. Und in Esra Kapitel 4 wird beschrieben, wie nach 458 vor Christus, also nach dem dritten Erlass, die Stadtmauern noch immer zerstört wurden. Das kann man wie gesagt in Esra Kapitel 4 nachlesen, wie dann die Juden versuchten, die in Jerusalem wohnten, die Verteidigungsanlagen wieder herzustellen und wie dann die Völker ringsum sie anschwärzten und verpätzten sozusagen beim König, sagen, ja hier, die versuchen die Stadtmauern wieder aufzubauen und dann kommt ein Erlass, dass sie das doch nicht tun sollen. Genau. Und das zeigt uns, wie gesagt, es ist mit hundertprozentiger Sicherheit der vierte Erlass, der gemeint ist, der dann diese 70 Jahrwochen beginnt. Das heißt, genau an dem Tag, von dem wir gerade gelesen hatten in Nehemiah Kapitel 2, an dem Tag, wo das geschah, beginnt die 70 Jahrwochen. Und dann steht hier, Straßen und Gräber werden wieder gebaut und zwar in bedrängter Zeit. Und das lesen wir in Nehemiah Kapitel 4 bis 7 und da wird beschrieben, wie die Zeit sehr bedrängt war, weil Israel hatte sehr viele Neider und die wollten nicht, dass die Stadt wieder aufgebaut wurde und hatten permanent Intrigen gestiftet, um versucht, den Aufbau zu sabotieren und Israel anzugreifen. Das heißt, Israel konnte sich zu der Zeit nicht vollkommen auf den Wiederaufbau konzentrieren, sondern sie mussten permanent eine Hand an der Waffe haben, um sich gegebenenfalls verteidigen zu können und die andere hatten sie am Mördel sozusagen unterzubauen. Und deswegen ging das alles deutlich langsamer als gewünscht. Und das ist damit gemeint, wenn es heißt, hier in bedrängter Zeit. Und dann, ja, sieben Wochen später, Entschuldigung, 62 Wochen später würde dann der Messias kommen. Also wir sehen hier schon, dass die 70 Jahrwochen unterteilt sind in Gruppen. Erst sieben Wochen, die ersten 49 Jahre und dann nochmal 62 Wochen, also 434 Jahre später. Und dann, nach den 62 Wochen, die sich an die ersten sieben Wochen anschließen, wird der Gesalbt ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt den Heiligtum wird vom Volk des zukünftigen Fürsten zerstört werden. Und das ist ganz interessant, denn hier steht im Hebräischen für den Gesalbten wirklich der Maschir, also der Messias. Und hier sehen wir, es ist die einzige Stelle in der Bibel, wo das erste Kommen des Messias als König auf den Tag genau angekündigt wird. Das werden wir auch gleich noch näher sehen. Und dann steht hier da, dass in der Folge der Ablehnung des Messias durch die Mehrheit seines Volkes die Stadt Jerusalem samt dem Heiligtum, den Tempel vom Volk des zukünftigen Fürsten zerstört wird. Das waren also die Römer. Und das hat sich bereits historisch erfüllt im Jahr 70 nach Christus, als nach jahrelangen Belagerungen dann die Stadt und der Tempel zerstört wurden. Und ich habe hier das Wort zukünftiger Fürst unterstrichen, denn hier sehen wir schon, dass das Römische Reich, welches ja dieses Volk war, das ist historisch einwandfrei bewiesen, dass dieses Reich in zwei Phasen existieren würde. In einer ersten Phase, die eben damals sozusagen stattfand, als sie Jerusalem und den Tempel zerstörten und in einer zweiten Phase, wo aus diesem Volk ein zukünftiger Fürst hervorgehen würde. Und das ist sozusagen der zukünftige Fürst, der über das wiederhergestellte Römische Reich in der Trübserszeit herrschen wird. Und der wird in der Offenbarung ganz ausführlich beschrieben und dort wird er bezeichnet als das Tier, weil der so grausam wird. Also wenn wir lesen vom Mahlzeichen des Tieres, von der Zahl des Tieres, vom Namen des Tieres und vom Bild des Tieres, dann hat das immer etwas zu tun mit diesem zukünftigen Fürst. Denn dieser zukünftige Fürst ist das Tier. Das hier nur mal so als Anmerkung. Was ich ebenfalls anmerken möchte, ist, dass dieser Vers sich sehr gut ereignet für die Evangelisation in Israel. Denn die meisten Juden glauben ja, dass Jesus Christus nicht ihr Messias ist, sondern dass ihr Messias noch kommt und sie noch auf ihn warten müssen. Aber mit diesem Vers, den ich sehr erfolgreich verwendet habe bei der Evangelisation in Israel unter den Juden, kann man das wunderbar widerlegen. Denn man kann hier zeigen, dass der Messias bereits gekommen sein muss. Denn der Tempel würde dann zerstört werden und die Stadt infolge seiner Ablehnung. Und das hat sich historisch bereits erfüllt. Das heißt, der Messias kann jetzt gar nicht mehr zum ersten Mal kommen, denn er muss bereits gekommen sein, bevor der Tempel zerstört werden würde, der zweite Tempel, der hier gebaut wird. Und das zeigt uns eben auch, ja, dass Jesus Christus tatsächlich der Messias sein muss. Und ja, die typische Reaktion der Juden war dann, das Buch Daniel irgendwie klein zu reden und zu sagen, ja, er gehört zu den Schriften und das darf man nicht so ernst nehmen, was im Buch Daniel geschrieben steht. Also sie mussten ihr eigenes Wort klein machen, um irgendwie ihr Bild, dass Jesus Christus nicht der Messias ist, aufrecht zu erhalten. Ja, und das ist also ein sehr, sehr guter Vers, der sich, falls Sie mal in Israel sind, sehr gut eignet, um denen das zu sagen. Und worauf ich noch hinweisen möchte, ist, dass Gott diese Zerstörung infolge seiner Verwerfung angekündigt hat. Wir lesen das im Lukas-Evangelium unter anderem in Lukas 19, Abvers 41. Und es steht, als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn du, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Also hier wird nämlich diese römische Belagerung beschrieben. Und dann weiter, sie werden dich dem Erdboden gleich machen, was sich eben erfüllt hat, 70 nach Christus, auch deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Also mit anderen Worten, Gott selbst ist Mensch geworden und er kam in sein Volk, sein eigenes, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. Das muss man sich mal vorstellen. Und infolge dieser Verwerfung, weil sie die Zeit ihrer Heimsuchung nicht erkannt haben, an diesem deinen Tag, wir werden auch noch gleich sehen, welcher Tag das ist, das ist nämlich ein ganz bestimmter Tag, werden sie sozusagen wieder zerstört werden. Wir hatten ja bei Daniel schon gesehen, die erste Zerstörung Jerusalems und des Tempels und in Folge der Verwerfung des Messias kommt dann hier die zweite, weil sie das nicht erkannt haben. Und das hat sich dann historisch erfüllt unter Titus im Jahr 70 nach Christus. Und wir sehen hier den Titusbogen in Rom, das ist der älteste erhaltene Triumphbogen in Rom, der sozusagen Titus gewidmet wurde oder ja geweiht, gewidmet wurde wegen seines Sieges über die Aufständigen in Judäa. Und wenn wir hier mal genauer hinschauen, dann sehen wir nämlich hier auch die Menorah, die dann aus dem Tempel mitgenommen wird. Wir sehen also, wie sich dieser erste Teil von Daniel 9, Vers 26 historisch bereits erfüllt hat. Der Messias kam, er wurde aber von der Mehrheit seines eigenen Volkes verworfen und trat seine Königsherrschaft nicht an. Und in der Folge seiner Verwerfung zerstörten dann die Römer, die Stadt Jerusalem und den Tempel im Jahr 70 nach Christus. Dieser Teil hat sich also bereits erfüllt. Im zweiten Teil von Daniel 9, Vers 26 wird nun der Blick auf den Zustand Jerusalems in der Endzeit, also in der Trübsalzeit beschrieben. Und dort wird Jerusalem erneut in große Bedrängnis kommen. Und das lesen wir im zweiten Teil von Daniel 9, Vers 26. Und dort steht, und sie, also die Stadt Jerusalem, geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, festbeschlossene Verwüstungen. Also hier lesen wir, dass es bis ans Ende Krieg geben wird und dass dann Jerusalem überflutet wird von der überströmenden Flut. Und dann steht hier auch noch etwas von den Verwüstungen. Und das hat etwas zu tun mit dem König des Nordens, von dem wir bereits im zweiten Vortrag gesprochen haben. Noch mal kurz zur Erinnerung. Der König des Nordens, das ist der König, der das Reich der Seleuziden beherrscht. Und wir hatten ja im letzten Vortrag bereits gesehen, dass in Folge von Alexanders frühzeitigem Tod und der Tatsache, dass er keinen biologischen Nachfolger hatte und somit die Thronfolge nicht geklärt war, das Reich dann in vier Teile zerfiel. In die vier sogenannten Diadochenreiche, die wir hier sehen können. Und ich hatte damals schon gesagt, dass dieser König des Nordens, beziehungsweise das Reich des Nordens und dessen König, dass das in der, dass das existierte zu Alexanders Zeiten, beziehungsweise in der Zeit danach und dass in der Endzeit, also in der Trübsalszeit, dieses Reich wiederhergestellt werden würde. Und dass es dann wieder einen König haben würde. Und wir sehen also auch, wie in der, wie in der Endzeit, beziehungsweise in der Trübsalszeit, große Machtblöcke entstehen. Wir hatten ja schon gesehen, dass das Römische Reich wiederhergestellt wird. Und wir sehen eben auch hier, wie dieses Großreich, was ja heute ausschließlich muslimische Länder umfasst, ebenfalls wiederhergestellt werden wird. Das ist allerdings auch noch zukünftig, deutet sich allerdings jetzt schon an. Und dieser, dieses Reich, beziehungsweise dieser König des Nordens, der wird dann Israel angreifen. Und dieser König des Nordens, der wird auch der Assyrer genannt. Und der wird ganz, ganz häufig beschrieben im Alten Testament. Ich habe hier mal die Stellen aufgelistet, die ich dazu gefunden habe. Er wird beschrieben als die Wasser des großen Stromes. Also es wird eine riesige Armee sein, die wie eine Flut dann kommt. Deswegen hatten wir auch schon gesehen, dort, er wird sozusagen Israel dann oder Jerusalem überfluten, die überströmende Flut. Es ist genau dieser, dieses Reich unter diesem kommenden König des Nordens, auch genannt. Ja, die Wasser des großen Stromes wird auch genannt hier der Assyrer in Jesaja. Also im Buch Jesaja wird diese Person sehr häufig beschrieben und sehr ausführlich. Wir sehen hier wieder die überschwemmende Flut. Er überschwemmt und er überflutet. Er ist der König des Nordens. Er ist der Verwüster. Er ist der Bedränger. Und in Daniel 3, Vers 8, Vers 23 wird er bezeichnet als der freche und listige König. Und diese Person wird eben auch eine ganz große Rolle spielen in der Endzeit. Und was ich hier auch nochmal erwähnen möchte, ist, dass ich ganz häufig höre, dass es zu einer Welteinheißregierung kommt. Und das ist etwas, was ich in der Bibel so nicht erkennen kann. Das ist ein Thema für sich. Ich möchte das hier nur an dieser Stelle kurz mal ansprechen, weil das hier gerade passt. Und zwar wird eben in der Bibel ganz häufig beschrieben, wie Reiche gegeneinander kämpfen. Und wir lesen hier vom König des Nordens. Wir sehen das wiederhergestellte römische Reich. Auch der König des Südens übrigens, der hier blau dargestellt ist, also das Reich der ehemaligen Seleuziden, auch der wird wieder erwähnt. Also wir sehen, wie diese Großreiche entstehen. Es entstehen sozusagen, ja, wie die Vereinigten Staaten von Amerika, haben wir bei die Vereinigten Staaten von Europa im Sinne des wiederhergestellten Vereinten Römischen Reiches beziehungsweise Europa, zentral regierten Europas. Dann lesen wir vom König des äußersten Nordens. Ja, wir lesen von den Königen, die von Sonnenaufgang herkommen. Ja, wir sehen verschiedenste Machtblöcke, die miteinander in Konflikt stehen. Und nicht irgendwie eine Welteinheitsregierung, die sozusagen einen Führer hat. Und das ist wirklich ganz grundlegend zu verstehen, weil ja auch in der Ölberg-Rede beschrieben wird, wie ein Reich oder ein König wird gegen den anderen Krieg führen und eine Nation wird sich gegen die andere erheben, ja, und es wird Krieg geben. Und da werden ja ganz viele Konflikte zwischen Nationen beschrieben, beziehungsweise zwischen Großreichen. Und das ergibt wenig Sinn, wenn wir denken, dass es eine Weltregierung gibt. Denn dann ergeben die Kriege keinen Sinn. Denn Jesus Christus hat ja auch gesagt, ein Reich, das in sich zerteilt ist, das kann keinen Bestand haben. Genau. Das wollte ich nur noch mal dazu anmerken, weil da immer wieder Kommentare zu kommen oder ich das immer wieder höre. Ja, und wie gesagt, also dieser König des Nordens, der wird Israel in große Bedrängnis bringen, beziehungsweise dieses Reich. Und das ist ja etwas, was sich jetzt schon andeutet. Ja, ich meine, Israel hat seit seiner Staatsgründung immer wieder Angriffe von muslimischen Reichen oder Ländern sich erwehren müssen. Und genau dieser Trend wird zunehmen. Und es wird zu einer muslimischen Invasion kommen in der Trübsatzzeit. Und das ist hier in Daniel 9, Vers 26 beschrieben. Und dann kommen wir nun zum nächsten Punkt zu Daniel 9, Vers 27. Und dort steht er und ich habe dieses er unterstrichen, weil das sozusagen dieser zukünftige Fürst war in Daniel 9, Vers 26 im ersten Teil, der aus dem Volk kommen würde, welches in Folge der Verwerfung des Messias Jerusalem und den Tempel zerstören würde. Es ist also genau diese Person. Er wird mit den vielen, mit dem Volk Israel, einen festen Bund schließen für eine Woche lang. Das heißt, ein fester Bund für eine Woche, das sind sieben Jahre. Die sieben Jahre der Trübsatzzeit. Und ein fester Bund, das bedeutet meines Erachtens in diesem Fall, dass dieser Bund eben besonders groß sein wird, weil der nämlich den Bau des dritten Tempels einschließen wird. Und dann steht hier weiter. In der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Ja, hier haben wir wieder den Verwüster. Ja, das ist eben dieser König des Nordens. Und wir sehen also hier, dass diese 70. Jahrwoche in zwei Teile geteilt ist, in eine erste und in eine zweite Hälfte. Und dass in der Mitte diese Schlacht- und Speisopfer aufhören werden, weil dort ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird. Und dieser Gräuel der Verwüstung, der wurde von Jesus Christus schon angesprochen in der Ölbergrede. Und das lesen wir in Matthäus 24, Vers 15. Und es steht, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, nämlich genau an dieser Stelle, aber es gibt auch noch eine andere, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Also mit anderen Worten, wenn dieser Gräuel dann aufgestellt wird im Tempel, dann wird der Tempel rituell unrein. Und deswegen werden dann die Schlacht- und Speisopfer, die im zukünftigen Tempel in der Trübsatzzeit dann wieder gebracht werden und die jetzt aktuell auch vorbereitet werden vom Tempelinstitut, die werden dann aufhören. Es gibt ein Tempelinstitut in Jerusalem, das hat sozusagen alle Pläne schon in der Schublade. Die Priester sind ausgebildet, es gibt sogar die rote junge Kuh, deren Asche notwendig ist für die Reinigung. All diese Dinge sind da, das heißt, das Volk Israel steht in den Startlöchern, um diesen Tempeldienst wieder aufzurichten. Und das wird dann auch passieren, aber wie gesagt nur für dreieinhalb Jahre, denn dann wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt und dann werden die Opfer dann aufhören. Gut, bevor wir jetzt näher auf diesen Vers 27 eingehen, möchte ich noch mal einen Gesamtüberblick über das bisher Gesagte verschaffen. Wir sehen hier in Form dieses Zeitstrahls die Ereignisse der 70 Jahrwochen. Und wir sehen, dass die 70 Jahrwochen in drei Teile aufgeteilt sind. Einmal in sieben Jahrwochen, dann nochmal in 62 Jahrwochen und dann hier nochmal in einer. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass die, oder was ich jetzt sagen möchte, ist, dass die ersten beiden Teile, also die sieben Jahrwochen und die 62 Jahrwochen sozusagen in einem Rutsch, in einem Guss geschehen. Aber diese 70. Jahrwoche ist noch zukünftig. Wir leben jetzt aktuell hier, wo dieses gelbe Kreuz ist. Und was als nächstes passieren wird, ist die Entrückung. Und nach der Entrückung wird dann diese 70. Jahrwoche beginnen. Ich möchte an dieser Stelle, weil das auch ganz grundlegend ist für das Verständnis dieser 70 Jahrwochen, mal auf den mathematischen Aspekt der 70 Jahrwochen eingehen. Diese Prophetie ist nämlich hoch mathematisch. Es ist so, dass wir schon gesehen hatten, dass eine Jahrwoche sieben Jahre enthält. Das ist unspektakulär. Und ein Jahr hat zwölf Monate. Das ist uns ebenfalls vertraut. Ein Monat hat 30 Tage. Und da gehe ich auch gleich näher drauf ein. Sodass eine Jahrwoche insgesamt 30 Tage pro Monat mal zwölf Monate pro Jahr mal sieben Jahre pro Jahrwoche hat oder enthält. Und das bedeutet, eine Jahrwoche besteht aus 2520 Tagen. Und das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, dass Gott das gemacht hat, dass er sozusagen diese Jahrwochen in einen Zeitraum angegeben hat oder diese Ereignisse innerhalb der 70 Jahrwochen in Jahrwochen angegeben hat, die wiederum eine Menge von Tagen beinhaltet. Und der Grund dafür, dass er diese Einheit der Tage gewählt hat, ist, dass ein Tag überall auf der Welt ein Tag ist. Jeder Mensch weiß, was das ist. Und das trifft allerdings auf ein Jahr nicht zu. Da gibt es den julianischen Kalender, den wir hier haben. Es gibt den Mondkalender. Es gibt verschiedenste Kalender, sodass das nicht ganz eindeutig wäre. Aber Gott liebt uns Menschen und er möchte, dass wir ihn verstehen. Wir erinnern uns ja, Gabriel sagte, so wisse und verstehe. Und deswegen wählt er eine Zeiteinheit, die für alle Menschen, egal wo sie auf der Welt leben, verständlich ist. Und das sind eben diese Tage. Und der zweite Punkt, auf den ich hier an dieser Stelle eingehen möchte, ist, es könnte ja jetzt jemand hingehen und sagen, ja Moment mal, wer sagt denn, dass ein Monat 30 Tage hat? Wir haben ja hier auch bei uns 28 Tage im Februar, im Schaltjahr 29, manchmal 30 und manchmal 31. Wieso wird hier behauptet, dass ein Monat immer 30 Tage hat? Und um das zu zeigen, möchte ich verweisen auf 1. Mose. Dort wird nämlich diese biblische Zählweise ganz deutlich. Und zwar im Zusammenhang mit der Sintflut. Da möchte ich drei Verse lesen, in denen wir das sehen können. Der erste Vers steht in 1. Mose 7, Vers 11. Und dort steht, im 600. Lebensjahr Noas, also hochbetagt, am 17. Tag des zweiten Monats. Und das merken wir uns mal, der 17. Tag des zweiten Monats. An diesem Tag brachen die Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Das heißt, am 17. Tag des zweiten Monats begann die Sintflut im 6. 600. Lebensjahr Noas. Und dann steht, ein paar Verse später, in Vers 24 von 1. Mose 7, die Wasser blieben hoch über der Erde 150 Tage lang. Und dann in Kapitel 8, Vers 4 von 1. Mose, die Arsche ließ sich auf dem Gebirge Acharat nieder am 17. Tag des siebenten Monats. Und hier können wir jetzt ein bisschen rechnen. Wir sehen also, es wird ein Zeitraum beschrieben vom 17. Tag des zweiten Monats bis zum 17. Tag des siebenten Monats. Und innerhalb dieses Zeitraums vergehen 150 Tage. Vom 17. Tag des zweiten Monats bis zum 17. Tag des fünften Monats, das sind fünf Monate. Und dieser Zeitraum, fünf Monate, enthält 150 Tage. Und jetzt können wir ganz einfach rechnen. Denn 150 Tage geteilt durch fünf Monate entspricht 30 Tage pro Monat. Und so können wir wirklich wissen, auch von der Bibel her argumentiert, dass ein Monat in der prophetisch-biblischen Zählweise immer 30 Tage hat. Und diese Zeiteinteilung, die sehen wir dann auch ganz ausführlich in der Offenbarung. Da wird das nämlich beschrieben, diese Trübsalszeit, ganz ausführlich. Und wir sehen hier nochmal einen vereinfachten Zeitstrahl, der die siebzigste Jahrwoche abbildet. Alles beginnt, wie wir noch sehen werden, mit diesem festen Bund. Und in der Mitte wird der Groll der Verwüstung aufgestellt und am Ende wird Jesus Christus wiederkommen. Und die Zeit, sozusagen die beiden Hälften, werden angegeben hier einmal mit 1260 Tagen. Das ist also genau die Hälfte von 2520 Tagen. Und dann steht auch manchmal eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das ist also eins plus zwei plus dreieinhalb. Das sind also dreieinhalb Jahre, in dem Fall die zweite Hälfte der siebenjährigen Trübsalszeit. An einer anderen Stelle wird gesprochen von 42 Monaten. Das ist zwölf Monate pro Jahr mal dreieinhalb Jahre sind genau 42 Monate. Und auch in Offenbarung 12 Vers 6 werden diese 1260 Tage nochmal erwähnt. Diesmal im Zusammenhang mit der zweiten Hälfte der siebenjährigen Trübsalszeit. Ja, also wir sehen also, diese ganze Rechnung ist hochmathematisch. Und das sehen wir nicht nur für die letzte Jahrwoche, sondern auch für die ersten 69. Wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, dann können wir das uns berechnen. Den ersten Teil hier oben, den kennen wir schon. Ja, eine Jahrwoche enthält 2520 Tage. Und wenn wir das jetzt nochmal multiplizieren mit 69 für 69 Jahrwochen, die bereits vergangen sind, dann kommen wir auf 173.880 Tage. Und das ist auch persönlich meine absolute Lieblingszahl, die mich auch schon in Krisen davor bewahrt hat, irgendwie den Glauben zu verwerfen. Weil mir immer klar war, die Bibel muss das Wort Gottes sein. Es ist unmöglich, dass das Zufall ist. Denn diese 173.880 Tage, die haben sich auf den Tag genau erfüllt. Und deswegen sagt Jesus Christus nämlich auch dann in Lukas 19 an der Stelle, die wir vorhin schon gelesen hatten, wenn du doch erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient, an diesem deinen Tag. Das war nämlich genau der 173.880. Tag. Und diese ganze Zeitrechnung hier begann nicht mit einem Sicherheitsbündnis zwischen dem zukünftigen Fürsten und Israel, wie das bei der 70. Jahrwoche der Fall sein wird, sondern mit dem Erlass zum Befehl oder mit dem Erlass zum Wiederaufbau von Jerusalem, was wir vorhin gelesen hatten in Nehemiah Kapitel 2. Und das war am 14. Nisan beziehungsweise am 14. März 445 vor Christus. Das ist historisch bekannt. Und wenn wir jetzt ganz einfach mal auf den 14. März 445 vor Christus dazu 173.880 Tage addieren, dann kommen wir auf den 6. April im Jahr 32 nach Christus. Und am 6. April im Jahr 32 nach Christus erfüllte sich das Kommen des Messias. Dass der Messias kommen würde, genau wie das in Daniel 9 Vers 26 beschrieben wird. Und das wurde auch an anderen Stellen angekündigt. Zum Beispiel in Sahaja 9 Vers 9. Und dort steht, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Das hatte Sahaja auch schon angekündigt. Und auch das erfüllte sich genau am 173.880. Tag nach dem Befehl zum Wiederaufbau von Jerusalem unter Ardexerxes in Nehemiah Kapitel 2. Und das ist der Palmsonntag, den wir heute kennen. Das ist der Sonntag vor Ostern. Und dieser Tag kennzeichnet die Erfüllung der 69. Jahrwoche. Das heißt, wenn Jesus Christus gesagt hat, ja, meine Stunde ist noch nicht gekommen, ja, dann ist das wirklich wirklich zu nehmen. Denn seine Stunde, die würde erst kommen, genau hier an diesem Tag. Und das ist, wie gesagt, der Palmsonntag, den wir auch heute alle kennen. Und an diesem Tag ritt Jesus Christus, genau wie in Sahaja 9 Vers 9 beschrieben, auf einem Esel reitend in Jerusalem ein. Und die Menschen begrüßten ihn als ihren König. Und sie nahmen dann deswegen Palmsonntag von den Palmen, Palmenblätter und legten sie dann nieder. Und das wird beschrieben unter anderem im Johannesevangelium. Deswegen möchte ich hier darauf eingehen, in Johannes Kapitel 12, in den Versen 12 und 13. Dort steht, Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, dann nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosanna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und dieser Gruß, ja, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Baruch, Rabah, Bishem, Adonai. Das ist ein messianischer Gruß, mit dem das Volk Israel seinen König begrüßen würde. Und genau das hat sich hier erfüllt, auf den Tag. Genau. Unglaublich. Und Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Ja. Und das war, wie gesagt, das Kommen des Messias. Genau wie es in Daniel 9, Vers 26 angekündigt ist, dass der Messias kommen würde am Ende der 69. Jahrwoche. Leider, und das wissen wir alle, war diese Euphorie, die hier von dem Volk Israel mehrheitlich an den Tag gelegt wurde, nur äußerlich. Und eine Woche später oder fünf Tage später am Karfreitag, da sagten sie dann mehrheitlich, kreuzig ihn. Ja. Und sie ließen ihn durch die Römer kreuzigen. Und deswegen steht auch da in Daniel 9, Vers 26, ja, er würde ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Es ist genau so, wie sich das erfüllt, oder es hat sich genauso erfüllt, wie es angekündigt war. Und das war wirklich, wirklich schlimm. Das muss man sich mal vorstellen. Da wird der ewige Gott, wird ein Mensch, kommt als Mensch zu uns auf die Erde, kommt in sein Volk und sein Volk bringt ihn um oder lässt ihn umbringen durch die Römer. Ich meine, die Römer haben natürlich auch eine Mitverantwortung. Aber die Initiative ging vom Volk Israel aus. Das muss man sich mal vorstellen, wie schlimm das ist. Seinen eigenen König zu töten. Also das ist ja kaum vorstellbar. Und weil das so schlimm war und weil das so eine große Ablehnung von Gott durch sein eigenes Volk bedeutet, hat das Handeln Gottes mit seinem Volk Israel in diesem Moment aufgehört. Ja, also diese 70 Jahrwochen, die bei Nehemiah begannen, die Zeit, die tickte ja dann runter. Diese Uhr, die da sozusagen tickte, die hörte dann auf. Und die steht. Und die steht übrigens bis heute. Und Gott hat sozusagen infolge der Verwerfung seines Messias durch sein eigenes Volk Israel beiseite gestellt. Deswegen lesen wir das hier. Und stattdessen begann die Zeit der Gemeinde. Das heißt, Gott handelt jetzt nicht mehr mit seinem Volk Israel in allererster Linie, sondern mit der Gemeinde. Und die Gemeinde, das sind alle Menschen, die an Jesus Christus glauben und die durch den Heiligen Geist versiegelt wurden und wiedergeboren sind, seien es Juden oder Nichtjuden. Und diese Zeit der Gemeinde begann zu Pfingsten. Und Pfingsten geschah dann 55 Tage nach dem 6. April. Also geschah dann 55 Tage nach dem 6. April. Und das, ja, da kam der Heilige Geist auf die Erde. Und deswegen sehen wir hier diesen Pfeil nach unten dargestellt. Also 40 Tage nach der Auferstehung ist ja Jesus Christus zurück in den Himmel gefahren, beziehungsweise in den Himmel zurückgekehrt und hat dann den Stellvertreter gesendet, nämlich den Heiligen Geist, der jetzt in allen echten Christen lebt. Und an diesem Ereignis begann dann die Zeit der Gemeinde. Und die Zeit der Gemeinde, das ist noch immer die Zeit, in der wir leben. Und was heilsgeschichtlich als nächstes passieren wird, ist, dass Pfingsten umgekehrt wird. Also wie der Heilige Geist der Pfingsten auf die Erde kam, so wird er bei der Entrückung wieder von der Erde genommen und in den Himmel zurückkehren. Deswegen hier dieser gelbe Pfeil, der nach oben gerichtet ist. Genau das Gegenteil. Und die echten Christen sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das heißt, sie sind untrennbar mit ihm verbunden. Das heißt, wenn der Heilige Geist von der Erde genommen wird, dann werden die echten Christen natürlich gleich mitgenommen, weil sie untrennbar mit ihm verbunden sind und es unmöglich ist, dass der Heilige Geist im Himmel ist und die Christen auf der Erde. Und das wird, wie gesagt, als nächstes geschehen. Das kann jetzt jeden Moment passieren. Und das lesen wir unter anderem in 2. Thessalonischer 2 in den Versen 7 und 8. Und dort steht, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann, nachdem das geschehen ist, nachdem der, der jetzt zurückhält, aus dem Weg ist, nämlich der Heilige Geist wieder in den Himmel zurückgekehrt ist, dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Und das ist dann der falsche Messias aus Israel, das zweite Tier aus der Erde in Offenbarung, Kapitel 13. Und wenn das sozusagen begonnen hat oder wenn das geschehen ist, dann ist dieser Einschub beendet. Dann ist die Gemeinde sozusagen im Himmel und Gott wird seinen Fokus sozusagen wieder richten, vollkommen richten auf das Volk Israel. Und wir sehen auch jetzt, wie sich das schon andeutet. Also Israel ist jetzt wieder im Land, der Staat ist wieder gegründet und die Ereignisse in Israel, die werden ja immer dramatischer. Und da können wir schon sehen, wie wir kurz vor einem heilsgeschichtlichen Wechsel stehen. Und aktuell befinden wir uns noch in diesem Einschub zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Jetzt ist Israel noch beiseite gestellt. Und danach, wie gesagt, wird die 70. Jahrwoche begehen. Und wir hatten ja in Daniel 9, Vers 24 schon gelesen, dass diese 70. Jahrwoche über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt ist. Das heißt, die hat etwas zu tun mit dem Volk Israel. Und es ist also sozusagen da ganz wichtig zu verstehen, dass das nichts mit der Gemeinde zu tun hat und dass man hier wirklich unterscheiden muss zwischen der Gemeinde, also allen echten Gläubigen, echten Christen aus aller Welt und auch aus den Juden. Es gibt, hat immer messianische Juden auch gegeben, also Juden, die an Jesus Christus glauben und dem Volk Israel. Das sind zwei verschiedene Dinge und die dürfen wir nicht miteinander vermischen. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen sagen, ja, die Gemeinde muss durch die Trübsalzzeit gehen. Aber das ist vollkommen falsch, denn die Trübsalzzeit ist für Israel bestimmt. Die Trübsalzzeit ist eine Drangsal für Jakob. Und manchmal wird auch gesagt, ja, da werden die Gemeinden geläutert, das ist vollkommener Unsinn, denn in der Trübsalzzeit wird niemand geläutert. Das ist eine Zeit des Gerichts. Und deswegen ist es ganz wichtig, hier zu unterscheiden und eben zu wissen, die Gemeinde hat nichts mit der Trübsalzzeit zu tun, mit den 70-Jahr-Wochen. Die 70-Jahr-Wochen sind über Israel bestimmt und nicht über die Gemeinde. Und deswegen ist es logisch, vollkommen unmöglich, dass die Gemeinde durch die Trübsalzzeit geht. Das heißt, Menschen, die das behaupten und die das glauben, die haben eben grundsätzlich diese Unterscheidung nicht verstanden und haben auch nicht verstanden, was die Bedeutung der 70-Jahr-Woche ist, beziehungsweise die Bedeutung aller 70-Jahr-Wochen. Dass es etwas zu tun hat mit dem Handeln Gottes mit seinem Volk Israel. Das ist mir an dieser Stelle auch nochmal sehr wichtig zu betonen. Gut, nachdem wir uns diesen umfassenden Überblick über die 70-Jahr-Wochen verschafft haben, möchte ich nun auf die 70-Jahr-Woche, also auf die letzte Jahr-Woche, die noch zukünftig ist und die nach der Entrückung der Gemeinde geschehen wird, eingehen. Ich möchte nochmal Vers 27 von Daniel 9 in Erinnerung rufen. Er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. In der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Und diese 70. Jahr-Woche, die sehen wir mal hier auf dieser Folie dargestellt. Diese Folie habe ich in einem anderen Vortrag verwendet, im vierten Vortrag der Endzeit-Vortragsreihe und deswegen möchte ich hier einfach darauf zurückgreifen. Wir sehen also hier wiederum einen Zeitstrahl und diesmal sehen wir die 70. Jahr-Woche. Und wir sehen hier den Anfang, der geschieht, wenn Israel einen festen Bund schließt mit dem zukünftigen Fürsten aus dem wiederhergestellten Römischen Reich. Wir sehen hier den Gräuel der Verwüstung in der Mitte der Trübsalzzeit und am Ende sehen wir die Wiederkunft von Jesus Christus. An dieser Stelle habe ich hier noch zwei Personen mit eingefügt. Das sind die beiden Tiere aus dem Meer in Offenbarung 13. Da wird ja das Tier aus dem Meer, Entschuldigung, die beiden Tiere in Offenbarung 13. Da wird ja das Tier aus dem Meer beschrieben und das Tier aus der Erde. Und das Tier aus dem Meer, das ist der kommende Herrscher des wiederhergestellten Römischen Reiches, von dem wir ja, wie gesagt, das Mahlzeichen des Tieres haben, die Zahl des Tieres, den Namen des Tieres, das Bild des Tieres, das hat immer etwas mit dieser Person zu tun. Und die zweite Person, das ist der falsche Messias, der ist hier aus der Erde, der kommende König über Israel. Also falscher König, beziehungsweise ein satanischer König. Und dann ist hier noch die EU-Flagge, weil das Römische Reich sozusagen wieder hergestellt wird. Die Trübsalzeit beginnt, oder wir hatten gesehen, dass die erste, die ersten 69 Jahrwochen an genau einem bestimmten Tag beginnen, nämlich wenn dieser Erlass erging von Adekserkes zum Wiederaufbau von Jerusalem in Nehemiah Kapitel 2. Und genauso wird es auch sein mit der 70. Jahrwoche. Auch die wird an einem ganz bestimmten Tag beginnen, nämlich wenn dieses Sicherheitsbündnis geschlossen wird zwischen Israel und Europa, dieser feste Bund, von dem wir gerade schon gelesen hatten. Und der wird in Jesaja Kapitel 28 ausführlich beschrieben. Und dort steht in Vers 15, ihr sprecht, also hier spricht Gott zu seinem Volk Israel, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. Ja, also das ist natürlich eine riesige Katastrophe und hier wird eben klar, die halten sich nicht an den Bund mit Gott, vertrauen da nicht darauf, dass Gott die bewahrt, sondern sie schließen einen Bund mit dem Tod. Gott ist das Leben, er ist die Quelle des Lebens und des Lichts und sie wenden sich auch nicht an Gott, sondern sie suchen Hilfe beim Tod. Also das ist sehr irrational. Und der Tod, ja das ist eben eine Bezeichnung für diesen kommenden Herrscher über Europa. Ja, das Tier, beziehungsweise den zukünftigen Fürst und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. Und hier wird sozusagen das Totenreich, das ist das Reich des Todes, das ist also das römische Reich, über das dieser kommende Herrscher herrschen wird. Und dann heißt es, jetzt wird auch begründet, warum die das gemacht haben. Wenn die überschwemmende Flut daherkommt, wird sie nicht zu uns gelangen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Betrug uns geborgen. Und hier sehen wir, dass das ein Sicherheitsbündnis ist, denn die wollen sich vor der überschwemmenden Flut schützen. Und diese überschwemmende Flut, an die können wir uns ja noch erinnern, das ist eben, wie gesagt, diese Bezeichnung für diesen kommenden König oder dieses kommende Reich, diesen König des Nordens, ja, Assyrien, der überflutet und so weiter, was wir vorhin schon gesehen hatten. Und vor diesem Reich, was hier gelb dargestellt ist, das Reich des Nordens, beziehungsweise das Reich des Königs des Nordens, vor diesem Reich haben die Juden, beziehungsweise die Kinder Israels in der Trübsalzeit große Angst und weil sie nicht auf Gott vertrauen, wenden sie sich dann an Europa, damit Europa sie beschützt. Ja, und dieses muslimische Großreich, das wird ja jetzt schon wieder hergestellt. Wir sehen ja auch, wie politisch der Westen sich immer weiter zurückzieht. Ja, die Amerikaner ziehen sich zurück aus Syrien, sie ziehen sich zurück aus Afghanistan und so weiter. Und wir sehen also, wie dieses Reich sozusagen jetzt schon vorbereitet wird und das wird dann in der Trübsalzeit sozusagen große Macht bekommen. Und die werden dann in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit Israel angreifen. Und dann lesen wir, ja, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Betrug uns geborgen. Und das zeigt eben diesen geistlichen Zustand Israels, der absolut katastrophal ist. Ja, und deswegen kommt eben auch das Gericht über sie. Sie vertrauen nicht auf Gott, sondern auf korrupte Politiker. Und wir sehen ja auch gerade heute, wie korrupt unsere Politiker sind, wenn wir das lesen. Ja, die Maskendeals, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es ist sehr traurig, aber eben genau mit diesen Gestalten wird dann Israel einen Bund schließen. Und da kann natürlich nicht viel bei rauskommen. Und deswegen steht auch schon in Vers 18, dass das denen gar nichts bringen wird. Da steht dann, euer Bund mit dem Tod wird außer Kraft gesetzt und euer Vertrag mit dem Totenreich hat keinen Bestand. Ja, also das ist Papier nicht wert, auf dem steht, wenn die überschwemmende Flut daherkommt, werdet ihr von ihr zermalmt werden. Also mit anderen Worten, die überschwemmende Flut, dieses Reich wird Israel, wird kommen, dieses Reich wird Israel angreifen und die werden völlig zermalmt. Und das ist ja genau das, was wir gesehen hatten in Daniel 9, Vers 26 im zweiten Teil. Es wird Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen und die überschwemmende Flut wird kommen. Das ist genau der identische Ausdruck, den wir hier sehen. Und deswegen können wir sehen, das ist der zweite Teil von Daniel 9, Vers 26 und Jesaja 28, Vers 18, dass es hier um ein und dasselbe geht. Das ist also die Motivation dahinter. Dann wird die erste Hälfte der Trübsalszeit sozusagen dann durchgehen und es wird ganz schlimm und in der Mitte wird es ein ganz bestimmtes Ereignis geschehen, welches dann die zweite Hälfte der Trübsalszeit einläutet. Und das ist dieser sogenannte Gräuel der Verwüstung, der aufgestellt wird. Wie gesagt, von dem hatten wir schon gelesen in Matthäus 24, Vers 15 in der Ölbergrede, dass dieser Gräuel der Verwüstung, durch den vom Propheten Daniel geredet wurde, an Heiligerstätte, nämlich im Tempel, aufgestellt wird. Nämlich, ja und dadurch wird der Tempel rituell unrein und dann hören die Schlacht- und Speisopfer auf. Und die Menschen in Judäa, die sollen dann fliehen. Und dieser Gräuel der Verwüstung, der wird auch in der Offenbarung ausführlich beschrieben, in Offenbarung 13, hier in den Versen 14 und 15. Und dort steht es, und das ist das Tier aus der Erde, das ist also der falsche Messias aus Israel, sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbetet würden. Und hier wird es also im Kontext beschrieben, dieser Gräuel der Verwüstung ist das Bild des Tieres, welches das zweite Tier, also das Tier aus der Erde sozusagen, dann aufrichten wird und wird dann Anbetung einfordern für das Tier aus dem Meer. Und das wird auch nicht nur eine Statue sein, die so dasteht, wie wir das ja heute kennen, sondern das wird richtig satanisch sein. Und es wird dem Tier, dem Bild ein Geist zu verliehen, dass das Bild des Tieres sogar redete und dann bewirkte, dass alle getötet wurden, das Tier nicht anbeten. Also, was das genau ist, das weiß ich natürlich auch nicht, aber es wirkt sehr, sehr dämonisch. Vielleicht hat das auch etwas zu tun mit künstlicher Intelligenz. Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall satanisch und es ist auf jeden Fall übernatürlich. Und die Menschen, die werden dann eben, wie gesagt, getötet werden und deswegen heißt es ja dann in Matthäus 24, dass die Gläubigen aus Judäa, die sollen fliehen. Genau deswegen, weil die nämlich sonst getötet werden, wenn die das Bild nicht anbeten. Und in die Berge, das bedeutet, die werden dann nach Jordanien fliehen. Und dieses Bild des Tieres wird, wie gesagt, auf dem Tempel aufgestellt werden. Und der Tempel, der wird genau hier stehen, auf dem Tempelwerk, wo dieser goldene Punkt ist. Das ist nämlich aktuell der Felsendom. Und genau an dieser Stelle wird dann dieser Tempel, der dritte jüdische Tempel stehen. Der wird so ähnlich aussehen wie der hier oben links. Das ist der zweite Tempel, der Herodianische Tempel, der stand zur Zeit von Jesus Christus unter anderem. Und dort in diesem Tempel wird dann dieses Bild des Tieres aufgestellt werden. Und deswegen habe ich hier schon mal ein Bild eingefügt. Das ist ein Bild des koreanischen, nordkoreanischen Diktators, also eine Vorschattung. Und genau so werden, wie die Menschen hier schon spalier stehen und sich verbeugen, genau so werden die Menschen dann dieses Bild sogar anbeten müssen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und dieses Bild wird dann sogar reden können. Ja, und der Hintergrund ist, dass in der ersten Hälfte, und das ist in Offenbarung 11 ganz ausführlich beschrieben, Gott zwei Zeugen schicken wird, die am Tempel wirken werden. Und die haben erstaunliche Parallelen übrigens mit Mose und Elia, weil die nämlich die gleichen Dinge tun können. Und die werden ganz ausführlich in Offenbarung 11 beschrieben. Und wenn jemand die versucht zu töten, dann wird Feuer aus ihrem Mund hervorgehen und die Angreifer werden dann vernichtet werden. Es wird sie also keiner töten können. Für 1260 Tage, also genau die erste Hälfte, die Hälfte von 2520 Tagen, werden sie dort dann in Jerusalem wirken. Und das wird für die Menschen eine große Belastung sein und niemand kann irgendetwas gegen sie tun. Bis der kommende europäische Diktator, das Tier kommt und das Tier wird diese beiden dann töten. Und es wird das schaffen, was sozusagen vorher keiner geschafft hat. Und das wird eine weltweite Euphorie auslösen und die Menschen werden sich sogar Geschenke schicken wegen des Todes dieser beiden Zeugen. Also vollkommen makaber. Und ja, weil er eben diese, das geschafft hat, was vorher keiner geschafft hat, wird dann die Anbetung des Tieres eingeführt werden. Und ja, dann das Bild des Tieres aufgerichtet werden, das Mahlzeichen des Tieres, ohne dass die Menschen nicht mehr kaufen und verkaufen können. Genau das wird dann auch im Zusammenhang mit diesem Ereignis in der Mitte der kommenden Trübsalzzeit ebenfalls eingeführt werden. Und dann beginnt sozusagen diese richtige Macht, Herrschaft dieses Tieres. Das wird am Anfang schon da sein, weil es schließt ja auch das Sicherheitsbündnis mit Israel am Anfang der ersten Woche. Aber seine Macht wird dann erheblich verstärkt werden und sein Einfluss in der zweiten Hälfte der Trübsalzzeit. Und dann steht ja auch da im Buch Daniel, dass er Zeiten und Gesetz ändern will. Und das wird alles in seine Hand gegeben. Und diese zweite Hälfte, die beginnt eben genau mit diesem Ereignis. Ja, und dieses Bild des Tieres wird dann, wie gesagt, hier im Tempel aufgestellt werden. Und dann werden auch die Schlacht- und Speisopfer aufhören, weil der will sich dann selber anbeten lassen. Der wird sich selber in den Tempel sitzen. Ja, das ist unglaublich. Aber die meisten Menschen werden, wir werden voll auf den drauf reinfallen. Und das, ja, leitet dann sozusagen die zweite Hälfte der Trübsalzzeit ein. Die habe ich hier mal schwarz markiert, einfach weil die so schlimm ist. Die erste Hälfte ist schon schlimm, aber die zweite Hälfte, die ist die vollkommene Katastrophe. Aber es gibt immer Hoffnung. Ja, das ist nicht das Ende, sondern nur ein begrenzter Zeitraum. Und am Ende der zweiten Hälfte, Entschuldigung, ja genau, am Ende der zweiten Hälfte der Trübsalzzeit wird Jesus Christus wiederkommen. Und zwar genau am 2520. Tag. Da wird er sichtbar wiederkommen. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Er wird auch in Armageddon wiederkommen, an mehreren Orten. Und dann, ja, wird er den ganzen Spuk sozusagen beenden. Aber genau sieht sozusagen Jesus Christus am Palmsonntag, am 173.188. Tag nach dem Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems kam, reitend auf einem Esel. Genauso wird er wiederkommen am 2520. Tag nach dem Beginn dieses Sicherheitsbündnisses. Und da wird er aber nicht mehr wiederkommen auf einem Esel, ja demütig reitend, sondern dann wird er wiederkommen als ein mächtiger Kriegsherr. Und dann wird er in den Konflikt eingreifen und in der Offenbarung wird dann auch beschrieben, ja, wie sein Gewandblut rot ist und an anderen Stellen im Alten Testament, weil er dann die Menschen richten wird. Und weil wir gerade über das Du-Buch Daniel sprechen, möchte ich eine Stelle aus Daniel 7 nennen, die für mich eine ganz große Ermutigung ist, wo die Wiederkunft des Menschensohns beschrieben wird. Und dort steht in Daniel Kapitel 7, Vers 13. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihm gebracht. Ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Also dann wird er wiederkommen und dann wird er dem Gantenspuk ein Ende setzen und dann wird er selbst weltweit über die, oder eine weltweite Herrschaft, eine gerechte Herrschaft haben, die nie enden wird. Er wird also keinen, er wird also keinen Nachfolger haben. Und das wird auch beschrieben unter anderem in Jesaja 59 in den Versen 19 und 20. Und dort steht, wenn der Bedränger kommt wie ein Wasserstrom, und hier haben wir das wieder, ja, der Bedränger, der kommt wie ein Wasserstrom, die Flut, der Überschwemmer. Das ist also dieser König des Nordens, der dann Israel in der zweiten Hälfte angreifen wird. Eben weil sozusagen die, dass die Anbetung dieses Tieres, das ist die, nochmal eine richtige Lossagung von Gott. Da wenden sie sich nochmal bewusst von Gott ab und beten jetzt einen satanisch geleiteten Menschen an. Und deswegen kommt danach dieses Gericht. Da wird sozusagen Gott seine schützende Hand, die er bisher immer über das Volk Israel gehalten hat, die wird er dann wegnehmen. Und dann wird er zulassen in der zweiten Hälfte der Triebsalzzeit, dass dieser Bedränger dann, dieser König des Norden Israel ist, völlig überrennt. Und dann heißt es hier, wenn der Bedränger kommt wie ein Wasserstrom, was auch in Joel Kapitel 2 zum Beispiel sehr ausführlich beschrieben wird, wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen bei seiner Wiederkunft. Es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht der Herr. Und das wird dann eben geschehen am Ende der Triebsalzzeit. Wie wir das gelesen hatten in Daniel 9, Vers 27, bis die festbeschlossene Vernichtung sich über den Verwüste ergießt. Das ist genau das, was hier in Jesaja 59 beschrieben wird. Also wir sehen, wie wir diese ganzen alttestamentlichen Stellen sozusagen im Zusammenhang lesen. Das passt alles zusammen. Wie die Faust aufs Auge. Das ist ganz beeindruckend. Und diese Stelle, die wir hier gerade gelesen hatten in Jesaja 49, die wird nochmal ganz ausführlich beschrieben in Römer 11, Vers 27. Und dort wird nämlich das zitiert. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und hier sehen wir, wie sozusagen der Heilige Geist durch Paulus im Römerbrief diese Stelle aus Jesaja 59 zitiert, um die Errettung Israels zu beschreiben. Und was ich hier auch nochmal hinzufügen möchte, ist, dass diese Errettung aus dem, von dem endzeitlichen Assyrer, beziehungsweise dem König des Nordens, auch in Jesaja schon vorgeschattet wird. Und zwar lesen wir eine ganz interessante Stelle in Jesaja 37, Vers 36, die sich historisch bereits erfüllt hat. Und da steht, der Engel des Herrn ging aus und erschlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren alle tot, lauter Leichen. Und hier wird, oder was man wissen muss, Jesaja 37 ist ein prophetischer Abschnitt im Buch Jesaja. Da werden also Dinge beschrieben, die im Wesentlichen noch zukünftig sind. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, ja warum, wird in diesem Abschnitt, der zukünftige Ereignisse beschreibt, ein etwas berichtet, was bereits in der Vergangenheit geschehen ist. Und der Grund dafür ist, dass die, dass diese, dass das, was in der Vergangenheit geschehen ist, eine Vorschattung ist für etwas, was in der Zukunft nochmal passieren wird. Der Engel des Herrn, das ist nämlich Jesus Christus selbst, bevor er der Malach Adonai, bevor er sozusagen Mensch wurde. Und indem er sozusagen die Kinder Israels erlöst von den Assyren, genau ist das auch eine Vorschattung auf die endzeitliche Erlösung von den Assyren. Und es war nämlich so, dass genau wie Israel damals oder in der Zukunft völlig überrannt sein wird, genauso war das nämlich damals auch. Da hat Sanherib sozusagen alles belagert, so dass nur noch Jerusalem sozusagen übrig blieb. Und Jerusalem war kurz davor zu fallen. Aber kurz bevor sie davor waren zu fallen, hat Gott eingegriffen. Der Engel des Herrn Jesus Christus selbst kam und er schlug 185.000 Mann und die waren dann am nächsten Morgen alle tot. Und genauso wie Jesus Christus sozusagen sein Volk errettet hat, er Israel, Jerusalem errettet hat aus der Bedrängnis unter Sanherib, unter dem ersten Assyrer, genauso wird er sein Volk Israel wiederum retten, am Ende der Trübsalzeit beim Kommen des zweiten Assyres, beim König des Nordens. Und da sehen wir sozusagen diese prophetische Parallele. Also dieser Assyrer, der wird kaum besprochen. Das ist ein Thema, was ziemlich unterbelichtet ist. Also ich habe selten irgendwie mal Ausführungen darüber gelesen und deswegen ist mir das an dieser Stelle wichtig, die Aufmerksamkeit eben auch auf dieses Reich zu lenken, was dann Israel ein großes Leid zufügen wird. Aber wie gesagt, Jesus Christus wird sein Volk retten, weil er sein Volk liebt. Gut, damit haben wir nun einen Überblick bekommen über die 70 Jahrwoche. Und abschließend, um sozusagen alles nochmal zusammenzufassen, möchte ich hier auf diesen Zeitstrahl hinweisen. Das ist also die letzte inhaltliche Folie für heute. Und hier sehen wir sozusagen nochmal die 70 Jahrwochen im Gesamtkontext. Wir sehen also hier, wie die 70 Jahrwochen aus drei Teilen bestehen. Einmal aus sieben Wochen, einmal aus 62 Wochen und einmal aus der letzten Woche, die noch zukünftig ist. Und alles begann, wie wir gesehen hatten, im Jahr 445 vor Christus. Dann wurde für 49 Jahre der Tempel aufgebaut. Und dann 62 Wochen, das heißt 434 Jahre später, im Jahr 32 nach Christus, kam dann Jesus Christus als König nach Israel am Palmsonntag. Er wurde dann allerdings getötet. Ihm wurde seine Königsherrschaft nicht zuteil. Und in der Folge der Verwerfung, seiner Verwerfung durch sein eigenes Volk, wurde dann im Jahr 70 nach Christus der Tempel zerstört durch die Römer, dem Volk, aus dem sozusagen in der Zukunft dann nochmal ein Herrscher kommen würde, der Israel dann in der zweiten Hälfte, der mit Israel in der zweiten Hälfte einen Bund schließt. Wir befinden uns jetzt hier, wo diese blaue Kugel ist. Und als das Nächstes geschehen wird, ist die Entrückung, die Umkehrung vom Pfingsten. Und wenn die Gemeinde in den Himmel genommen wird, dann ist der Einschub zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche beendet. Und dann beginnt die 70. Jahrwoche. Dann setzt es sein Gottesheilshandel mit Israel fort. Das ist dann die Drangsal Jakobs. Und am Ende der 70. Jahrwoche, genau am 2520. Tag, nachdem das Sicherheitsbündnis zwischen Israel und dem kommenden europäischen Diktator geschlossen wird, wird Jesus Christus dann sichtbar in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Er wird sein Volk Israel erlösen aus der Hand des Assyrers, genau wie er das damals getan hatte, in Jesaja 37, Vers 26. Und wie wir gerade gesehen hatten, und danach wird er sein weltweites messianisches Friedensreich aufrichten, hier dargestellt durch die Krone. Am Ende der tausend Jahre wird es beschrieben in Offenbarung Kapitel 20, Abvers 11, das Endgericht vor dem großen weißen Thron geben. Dann werden die Toten auferstehen, die ohne die Vergebung ihres Sünden gestorben sind, beziehungsweise gestorben sind, ohne die Vergebung ihres Sünden angenommen zu haben. Die werden dann sich vor Gott verantworten müssen und werden dann nach ihren Werken gerichtet werden. Und die Namen werden nicht im Buch des Lebens stehen, deswegen werden sie dann in den Feuersee geworfen, weil ihre Werke niemals gut genug sind, um in den Himmel zu kommen. Und danach wird Gott diese erste Schöpfung wegnehmen und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen und die wird es dann in der ganzen Ewigkeit geben. Deswegen hier diese horizontale Acht, das Symbol für die Ewigkeit. Und dann beginnt der ewige Zustand. Und dann wird es auch keine Sünde mehr geben, dann wird es keine Folgen der Sünde mehr geben, dann ist diese erste Welt vergangen und dann wird alles in Herrlichkeit sein. Es wird alles so herrlich sein, dass man nicht mal mehr eine Lichtquelle braucht, weil die Herrlichkeit Gottes alles erleuchtet. Ja. Gut, damit sind wir fertig mit dem dritten Teil, mit dem letzten Vortrag dieser Vortragsreihe. Ich möchte abschließend noch auf die Schlussfolgerung und die Anwendung eingeben. Das sind vier Punkte, die ich hier nochmal in besonderer Weise in Erinnerung rufen möchte oder wo ich den Fokus drauf legen möchte. Das erste ist, das Ziel der 70 Jahrwochen ist die Errettung Israels. Das ist ganz fundamental wichtig zu verstehen. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind die 70 Jahrwochen bestimmt. Es geht hier nicht um die Gemeinde, sondern es geht um das Volk Israel. Das heißt, wenn die 70. Jahrwoche in der Offenbarung so ausführlich beschrieben wird, dann wissen wir, dass es hier nicht um die Gemeinde geht, sondern um dein Volk Israel, weil interessanterweise die Gemeinde auch gar nicht erwähnt wird in dem Teil, in der Offenbarung, wo die 70. Jahrwoche beschrieben wird, in Offenbarung 6 bis 19. Da wird die kein einziges Mal erwähnt, weil die dann nämlich schon im Himmel ist. Etwas zweites, worauf ich hinweisen möchte, und das ist sehr tragisch, ist die verlorene zeitlich Ungehorsam. Wir hatten ja gesehen, dass Gottes Handel mit seinem Volk Israel infolge der Verwerfung Israels von Jesus Christus aufgehört hat. Und dieses Gott oder Israel ist jetzt, ich sag mal etwas salopp gesagt, auf das geistliche Abstellgleis gestellt. Gott erhält sein Volk, aber er handelt nicht mit ihnen wirklich. Er handelt jetzt durch die Gemeinde. Und das ist auch tragisch sozusagen für unser eigenes Leben. Wenn wir im Ungehorsam leben, wenn wir Dinge tun, die nicht richtig sind und daran festhalten und das nicht bereinigen, dann wird Gott uns genauso auf ein geistliches Abstellgleis stellen. Und das ist natürlich schlimm, weil das eine Zeit ist, wo es keine Frucht gibt. Also auch eine ernste Warnung an uns. Das zweite ist, oder das dritte ist, ein präziser Zeitplan für das Kommen des Messias. Das ist ja wirklich unglaublich, wie diese 70 Jahrwochen sich auf Tage runterbrechen lassen. Und Jesus Christus wirklich an diesem Deinen Tag gekommen ist und wie er auch in der Zukunft genau wieder am 2520. Tag kommen wird. Also Gott handelt nach einem präzisen Zeitplan. Und der letzte Punkt unserer Situation ist ähnlich zu Daniels Situation. Also genau wie Daniel wusste, okay, jetzt wird das Volk Israel bald wieder zurückkehren, die babylonische Gefangenschaft wird aufhören. Genauso können wir wissen, wir stehen kurz vor einem heilsgeschichtlichen Wechsel. Das Zeitalter der Gemeinde steht kurz vor dem Ende und dann wird sozusagen wieder das Zeitalter Israels bzw. die 70. Jahrwoche beginnen. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn wir jetzt noch das Beste draus machen, wenn wir uns genauso verhalten wie Daniel, wenn wir in den Riss treten für unser Volk, für die Menschen um uns herum und wenn wir für ihre Seelen bitten. Denn die Zeit, die jetzt kommen wird, das wird ganz, ganz schlimm sein. Von der, wie Jesus gesagt hat, so schlimm, das hat es noch nie vorher gegeben und das wird es auch hinterher nie wieder geben. Und deswegen können wir wirklich nur dort mit Mitgefühl und Barmherzigkeit darum ringen, dass wir durch unser Wirken die Menschen auf Gott aufmerksam werden, dass ihre Seelen noch gerettet werden. Denn das, was jetzt auf sie zukommt, da sind sie nicht, da sind sie überhaupt nicht drum zu beneiden. Genau. Ja, in diesem Sinne möchte ich den dritten Teil und damit auch die Daniel-Vortragsreihe abschließen. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich diesen Vortrag anzuschauen und ich hoffe, das hat Ihnen auch geistlich etwas gebracht und ich würde mich sehr freuen, Sie bei einem der nächsten Vorträge wieder begrüßen zu dürfen.